Ich habe da ein Glas Wasser, da habe ich so ein bisschen Arsen rein. Du wirst nicht dran sterben, aber du kriegst Kopf viel davon und du musst dann vielleicht auch ein bisschen kotzen, wenn du zu viel nimmst. Aber hey, du hast coole Laune und du wirst aufhören. Du riechst über die Haus. Ich habe nach Ammoniak gestunken. Wir reden immer nur von Grenzen, finden Abgrenzen etc. Aber es sagt mir keiner, wie mache ich das denn dann? Ich habe gesagt, morgen trinkst du nichts, morgen trinkst du nichts. Du willst es nicht. Du kannst du Bonnard haben, du funktionierst doch perfekt. Dein Leben ist doch 1A. Wenn du ein Glas und dann und der Schluck und dann bist du schon wieder tot. Das war nicht mehr intrinsisch motiviert. Ich habe überhaupt nichts mehr zurückbekommen. Ich habe immer nur gegeben, gegeben, gegeben. Das pisst mich manchmal an. Bei den Zigaretten haben wir das doch auch geschafft. Weil dann will man kein Alkohol mehr trinken. Dann ist es kein, ich darf nie wieder Alkohol trinken und ich bin krank. Damit zeigst du doch als Gesellschaft klare Kante. Genau. Was du akzeptierst und wie du das siehst. Weil ich komplett blank ziehe, weil es nichts mehr geht, womit die Leute mich angreifen können. Die Leute können nicht mehr kommen und sagen, ich habe gehört, du hast ja deinen besten Freund verpügelt. Dann sage ich ja. Drogen? Nein. Ich trinke Alkohol. Ja, Drogen. Äh, dem Drogen aber. Jedes Mal sagen die mir genau, wie viel sie trinken, wann sie trinken, in welchen Situationen und ja nur den besten Bein. Und dann finde ich es super billig, dann zu sagen, ja, der Marius hatte halt ein Problem, weil ich mit Alkohol getrunken. Du kennst den ja so. Die stehen sich dann so billig aus der Affäre. Ja, genau. Kost mich an sowas. Dann kam der Moment, wo ich horny wurde. Da habe ich dann meistens versucht, mir irgendeinen aufzureißen, bis ich mir aber die Typen aufgerissen habe. Du sahst doch vor zwei Stunden anders aus. Oh Gott. Und dann kannst du die, weil du willst dich da rausquetschen aus der Situation. Und du helfst ihnen dadurch, dass du nicht trinkst, den Spiegel vor, dass es geht. Dass man auch einfach nicht trinken kann, dass man Spaß haben kann, wenn man nicht trinkt. Dass das Leben geil ist, wenn man nicht trinkt. Sondern man konnte ja immer hingehen und sagen, wie sieht es aus, ist es lustig. Sondern du musst es ewig reden und so. Ja, wenn du bei mir gewesen wärst, dann... Hast du das auch mal direkt gesagt? Ja. Ja, und dann... Echt? Das strengt mich an einem gewissen Punkt an. Total. Kennst du das? Ja, ich kann das überhaupt nicht abhaben. Also ich hasse Smalltalk auch einfach. Es ist okay, es ist deine Entscheidung. Ich finde es nicht verwerflich. Aber du musst für dein Verhalten die Verantwortung tragen. Und du weißt genau, wie du wirst, wenn du Alkohol trinkst. Genau. Also hast du dich vorher auch entschieden, so zu werden. Ey. Ja, na, danke. Amen. Hat sich das alles so aufgebaut. Krass, weil du gerade deine Mutter ansprichst. Das wäre eigentlich so, wir sprechen nachher nochmal über das Thema Männer und Frauen und Alkohol und sowas. Das habe ich auf dem Schirm, da haben wir ja geschrieben. Aber da würde ich tatsächlich gerne einhaken. Und wir sind ja schon mitten im Gespräch, aber auch für die Zuschauer nochmal kurz als Begrüßung. Ihr seht uns zum ersten Mal hier oder beziehungsweise mich in diesem Format, wo ich noch selber gar nicht weiß, ob ich das öfter mache. Das ist ja jetzt coronabedingt schwierig gewesen. Das wird jetzt ein bisschen lockerer. Freut mich, weil man gerade jetzt zur jetzigen Zeit digital alles nur noch geht, aber dass man sich mal im richtigen Leben sieht. Herzlich willkommen, Jana von dem YouTube-Kanal Kater-Suchtfreiheit oder Kater-Suchtfreiheit. Schöne Metapher. Oder Doppeldeutigkeit, finde ich geil. Wenn ich ein bisschen neidisch auf diesen Namen gekommen bin, ist sehr kreativ. Danke. Freut mich, dass du gekommen bist und freut mich, dass wir hier das zusammen machen. Ja, freut mich auch. Dankeschön. Also haben wir schon länger geplant, wie es tatsächlich funktioniert. Genau, zum Thema Mutter. Ich habe die True-Doku gesehen, um da nochmal einzusteigen. Und was ich krass fand, ich möchte jetzt noch gar nicht die ganze Doku, aber ich habe so viel Anknüpfungspunkte, wie sie glauben, aber was ich krass fand, du hast eine alkoholkranke Mutter gehabt, schwerstkrank, musstest sehr früh in der Kindheit schon lernen, Verantwortung zu übernehmen, auf sie aufzupassen, was, denke ich, mit Sicherheit, was mit einem auch macht, dann ist deine Mutter gestorben, als du sieben Jahre alt warst und du bist bei deinen Großeltern aufgewachsen. Und dann ist dein Großvater gestorben, als du 20 warst, korrekt? Genau, der mütterlicheseits, der Großvater ist mit 20 gestorben, als ich 20 war. Genau, jetzt bringe ich es nicht durcheinander. Aber zu dem Zeitpunkt, ich weiß jetzt gar nicht, ob es mit dem Tod zusammenhängt, aber da wusstest du, du wusstest bis dahin gar nicht, woran deine Mutter gestorben ist. Nein. Du bist die ganze Zeit von Brustkrebs ausgegangen, gell? Und dann wurde dir mit 20 gesagt, nee, es war ganz anders, deine Mutter war alkoholkrank und sie ist an einer Leberzirrhose gestorben. Also abgesehen davon, dass das krass ist, das dann zu erfahren mit 20. Ich habe mir aber die Frage gestellt, weil jeder hat ja seine Alkoholgeschichte und seine Abhängigkeitsgeschichte, Missbräuch und all diese Sachen, Selbstwert und diese Sachen. Und es ist bei jedem anders und bei jedem braucht es andere Dinge, um aufzuhören. Bei mir hat es sehr viel gebraucht. Du kennst das, ich muss das körperlich spüren und so. Bei dir war es eher, ich sage es jetzt einfach mal, vielleicht ist das bei dem Begriff falsch, aber aus der Vernunft heraus. Also ich nenne es jetzt einfach mal so abgekürzt. Wie viel hat dabei eine Rolle gespielt, dass du mit 20 erfahren hast, dass deine Mutter daran gestorben ist? Das hat tatsächlich eine sehr große Rolle gespielt, weil ich habe natürlich auch in meiner Jugend sehr oft versucht, mich mit meiner Kindheit auseinanderzusetzen und mit dem Tod meiner Mutter, weil ich gemerkt habe, ich bin einfach anders als die anderen und ich bin auch eher depressiver veranlagt als die anderen und so. Das hast du damals schon gemerkt? Genau, ja, das habe ich damals schon gemerkt. Woran hast du das festgemacht? Weil ich habe da ganz lange dafür gebraucht, um bei mir zu merken, dass ich depressiv bin. Ich habe das gar nicht gespürt, sehr oft. Weil nicht für mich so benennen können, dass es das ist. Okay. Ja, ich hatte so einfach, also ich habe irgendwie schon sehr klar wahrgenommen, wenn ich diese depressiven Phasen hatte oder dass ich mehr so auf diese Melancholie stehe und dass andere viel mehr lachen und viel freudiger und ausgelassener sind und ich einfach immer viel ernster bin und Sachen auch viel pessimistischer sehe. Wie hast du das wahrgenommen? Ich habe das, also auch das. Ich habe dann aber natürlich trotzdem Phasen gehabt, wo ich viel gelacht habe und Freude hatte, aber ich war natürlich nicht so reflektiert, um das im Kontext Alkohol zu, also ich hatte diese Phasen unter Alkohol gehabt und auch da, also es war ja mehrfach, war ich abhängig vom Alkohol. Es war nicht nur die Angststörung gewesen, wo ich die Symptome damit betäubt habe, sondern ich bin dadurch aus meiner Depression auch rausgekommen. Ach, okay. Ich konnte durch den Alkohol sozusagen aus der Depression für die kurze Zeit ausbrechen. Also haugenscheinig, das ist ja eine Lüge. Ja, aber hast du gemerkt, dass es dir danach wieder schlechter geht, wenn du trinkst? Ja, voll. Was hast du gemerkt? Also vor allen Dingen nach dem Trinken. Ich hatte die schlimmsten Panikattacken, Angstzustände und Depressionen einen Tag nach dem Trinken. Aber hast du das zusammengebracht mit dem Alkohol? Ja, das Problem ist, dass so viel miteinander, ineinander übergeht, weil ich wusste dann zu dem Zeitpunkt schon, ich habe eine Angststörung und ich habe Panikattacken, das wusste ich schon und wie das eine das andere verstärkt, das konnte ich auch nicht so für mich reflektieren irgendwie. Okay. Und das habe ich dann darauf geschoben, so mehr, ich habe ja eine Angststörung und Panikattacken und so. Also Ausrede dann. Genau. Ja, okay. Und habe dann gemerkt, es war ja im Prinzip der Alkohol aber für mich die Medizin. Ja. Und da konnte ich dann wieder ausbrechen oder mich auf ein Level bringen. Das war dann auch irgendwann so gewesen, auf ein Level bringen, wo ich dann sowas wie, ich weiß, was ist Normalität, ich weiß es nicht, aber das gespürt habe, was ich den anderen auch sehe. Aber ansonsten war das ganz oft, das ist auch noch nicht so schlimm war mit dem Alkohol, auch so Gedanken, kennst du das? Das ist so Grundsatz, Grundsatzfragen, die du dir stellst. Also so Sinnfragen. Sinnfragen, ja. Und warum mache ich das überhaupt? Und das ging so weit. Ich weiß, ich will dich gar nicht so triggern, aber es ging sogar so weit, dass ich mir manchmal morgens, ich bin aufgestanden und habe mir die Frage, und kein Scheiß, wirklich so. Ich habe mir die Frage und ich habe die Gedanken gehabt, ich muss zur Arbeit. Und dann dachte ich, du machst dir die ganze Zeit Gedanken, ob du Karriere machst, ob du vielleicht irgendwann mal Chef wirst, aber auchst du dich selber, so in 30 Jahren oder keine Ahnung, irgendwann gehst du in Rente, irgendwann bist du nicht mehr da, in 100 Jahren weiß es gar keiner mehr, dass es dich überhaupt gegeben hat. Und du machst dir jetzt Gedanken, ob du morgen, also so in diesem kleinen, kleinen, ich bin dann so mal, habe mal so rausgezoomt und habe das so im Großen und Ganzen gesehen immer und habe mir gedacht, das ist echt voll sinnlos, was du machst. Und dann bin ich aufgestanden, habe mir die Zähne geputzt, habe Musik angemacht oder irgendwas und habe das beiseite geschoben. Aber das war teilweise morgens, waren das Gedanken, die sind so automatisch gekommen, diese Sinnfragen morgens, ohne dass es da Anträge dafür gab. Daran habe ich das auch gemerkt, da habe ich auch mit keinem darüber gesprochen, dass das auch wahrscheinlich nicht normal ist, dass andere Menschen das nicht haben. Also sowas. Aber wir sind, wir haben jetzt voll im Boden geschlagen. Aber was mich interessiert, um auf die Frage zurückzukommen, du hast irgendwann den Punkt gehabt, dass du gesagt hast, das hat keinen Sinn, du hast einen Riesenstreit gehabt mit einem Kumpel, den du verprügelt hast. Auch das hat mich tief berührt, was du da gesagt hast, dann direkt angefangen, du hast im Prinzip wie so einen Nervenzusammenbruch ein bisschen gehabt. Ja, also ich habe ihn ja auch, ich hatte zu der Zeit, das war eigentlich so die Hochzeit, wo es mir am allerschlimmsten ging, wo ich dann auch mit meinem Ex-Freund, das war ja diese ganze Geschichte mit seinem Krebs und Ghosting und diese ganzen Sachen. Und das habe ich ja dann ganz viel mit Alkohol betäubt in dem Jahr. Und gleichzeitig lief auch noch eine andere Geschichte mit einem anderen Mann. Und das waren eigentlich so die zwei Männer, die ich in meinem Leben bis jetzt verliebt war, so tatsächlich. Und das war alles mega psychisch anstrengend für mich. Und ich habe, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich habe halt meinen besten Freund verprügelt anstelle dieser zwei Männer, die halt diesen starken Druck auf mich ausgeübt haben. Und genau, dann ist es halt also rausgekommen und ich war vollkommen von der Rolle. Also ich habe dann total angefangen zu flennen und er hat mich dann in den Arm genommen und getröstet. Aber auch sehr, ich meine, er war bestimmt auch betrunken gewesen. Ja, ja, klar. Ja, auch sind sehr, wie soll ich sagen, vielleicht war es Intuition, er hat das vielleicht gemerkt, dass du das brauchst. Aber es ist eigentlich krass, ich habe mir gedacht, krass in der Situation, du wirst gerade verprügelt, sehr emotional und dann hast du diese Reife oder diese Intuition, okay, das war gerade nicht sie gewesen, also cool. Das war so ein Schlüsselerlebnis gewesen für dich, gell? Auf jeden Fall, ja. Und halt ein anderes, oder es war eigentlich diese ganze Zeit, wo es mir einfach so dreckig ging und wo ich mich auch von diversen Männern sehr schlecht habe behandeln lassen. Also das war da irgendwie auch so ein, da gab es sehr viele Schlüsselmomente. Auch wegen Abhängigkeit, also auch diese Abhängigkeit, weil du vielleicht deine Emotionen auch von den Männern abhängig gemacht hast? Ja, total, total, auf jeden Fall. Und ja, also um auch auf die Frage zurückzukommen, die du vorher noch gestellt hast, diese Schlüsselmomente und die Tatsache, dass ich dann erfahren habe, Anfang 20, dass meine Mutter am Alkohol gestorben ist, haben halt in mir irgendwann so kumuliert, dass ich gesagt habe, okay, ich kann so nicht mal weiterleben, ja, ich muss irgendwas ändern. Und dann habe ich mich halt, ja, mit Alkoholismus in der Familie beschäftigt. Und ich glaube, wenn ich das nicht erfahren hätte, dann wäre ich gar nicht zu diesem Punkt gekommen, weil durch dieses Beschäftigen mit Alkoholismus an sich und mit dem Alkohol an sich, bin ich dann dazu gekommen, dass ich gemerkt habe, okay, Alkohol ist einfach ein Gift und Alkohol tut einem nicht gut und fördert Depressionen und was er alles macht. Und konnte halt dadurch dann auch nicht die positiven Beispiele sehen, die es damals ja leider noch nicht so viele gab, aber es gab schon welche mit Blogs und Podcasts, die eben gezeigt haben, man kann auch ohne leben, was ich ja gar nicht wusste so. Und das hat dann ja eigentlich zu der Vernunftentscheidung geführt, tatsächlich. Krass, ja, also das hat mich echt interessiert, weil mir war klar gewesen, als ich das gehört habe und mir das angeschaut habe, dass bei ganz vielen Menschen, es ist sehr selten, dass ich das höre, bei ganz vielen Menschen ist es ja so, dass sie merken irgendwann, sie haben ein Problem, psychische Abhängigkeit vielleicht oder sogar noch schlimmer oder missbräuchlich, whatever. Jeder baut dann irgendwann mal Scheiße oder kommt in Probleme, so wie du mit deiner Sprügelei oder ich hatte auch Führerscheinentzug gehabt, also viele Sachen, viele Dinge, wo ich hätte drüber stolpern können und dass Alkohol ungesund ist und so, aber das ist so abstrakt und dann so wenige schaffen das aus der, ich sage es jetzt mal, nur Vernunft, weil dieser Moment der Vernunft, den haben viele, aber der dauert meistens nicht lange an und dann trinkt man weiter sehr oft. Ich glaube, es kommt halt auch darauf an, in welchem Stadium man ist. Also es gibt ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich für mich sehe so, dass es diese emotionale Abhängigkeit gibt, wo fast alle drin sind, die Alkohol regelmäßig konsumieren, dann die psychische und dann die körperliche. Und körperlich sind ja sehr, sehr wenige abhängig. Das stimmt, ja. Und ich glaube, ich war gerade so an dieser Schwelle, ich war wahrscheinlich meistens emotional, aber sehr oft auch noch psychisch abhängig, aber ich war so gerade auf dieser Schwelle. Und ich glaube, das ist, oder das ist so meine Vermutung, die ich habe, dass es vielleicht in der emotionalen Abhängigkeit und auf dieser Schwelle noch möglich ist, leichter durch die Vernunft eben aufzuhören. Ja, bestimmt. Also das wird bestimmt so sein. Es hat auch, denke ich, viel was mit Lebensumständen auch, oder Lebensphase vielleicht zu tun. Du hast ja auch studiert und sowas zum Beispiel. Und wenn du dann vielleicht auch in so einem gewissen, nennt man das Setting bist, Lebenssetting bis Lebensphase bist. Also es hat verschiedene Faktoren. Ich kenne auch im privaten Umfeld Leute, die wissen seit wirklichen Jahren, dass sie ein Problem haben und da kommt die Vernunft immer mehr durch, weil ihnen auch viel Scheiße passiert und sowas. Und die sind auch in dieser, also schon mehr Richtung psychische Abhängigkeit, aber auch so dazwischen, aber schaffen es halt nicht aus der Vernunft daraus. Und mein Gedanke war nur bei dir gewesen, durch Fälle in deinem nahen Umfeld, familiär, aber du siehst wirklich jemanden, also bekomme ich ja auch oft gesagt, dass Leute durch meine Geschichte, auch in meinem privaten Umfeld, jetzt wo die merken, auch so, weil die vielleicht gar nicht so nah an mir dran waren, wie hässlich das eigentlich war, was ich eigentlich durchgemacht habe, selber sich so hinterfragen und selber denken, Alter, das ist scheiße und sowas. Und ich will damit nur sagen, es wird greifbarer dadurch. Ich glaube, das ist so ein entscheidender Faktor, weil Wissen tun wir das, aber es ist ein Unterschied und wenn du das mit der Mutter, das habe ich mir gedacht, wenn du das mit der Mutter hattest, dann war das vielleicht sowas Greifbares für dich gewesen. Vielleicht war das so der Unterschied, würdest du das für dich so schwierig, weil es hypothetisch ist, klar. Schwierig, aber ich glaube eben schon, dass es sehr, sehr wichtig war, dass ich das mit meiner Mutter hatte, weil ich dadurch diesen Anhaltspunkt hatte. Und ich glaube, wenn man in seinem Umfeld jemanden hat, der entweder das Problem hat oder es auch schon überwunden hat, dann kann man daran anknüpfen, wie du sagst. Und ich glaube eben auch, diese positiven Beispiele bei mir waren vor allem auch der Knackpunkt, die mir gezeigt haben, es geht halt auch anders. Und deswegen glaube ich, dass es halt auch so wichtig ist, dass wir das einfach nach außen tragen, weil es halt positive Beispiele sind. Das sagst du, was richtig gut ist, haben wir ja davor schon auch im Off-Camp quasi gesprochen, dass, also ich will jetzt kein Unrecht tun. Es kann ja sein, dass es auch schon viele Kanäle gab und man hat die vielleicht nicht so mitbekommen oder ich habe sie nicht mitbekommen oder weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass das seit zwei Jahren, in den letzten zwei Jahren ein bisschen gekommen ist. Und ich sage auch immer, wenn Leute mich nach meiner Motivation fragen, ich habe damals nichts gefunden dazu, gar nichts. Also da musstest du, klar, du kannst das googlen und hast da halt die Einträge gefunden, so theoretische Buchabschriften und so, das hast du eh gewusst. Das war nichts Greifbares, das hat dir auch nie wirklich geholfen. Aber Leute, die davon erzählen, aufklären oder so, ich habe fast nichts dazu gefunden. Aber was war denn bei dir so der auslösende Punkt oder der Hilfspunkt, der dich dann rübergezogen hat? Also du meinst jetzt wegen YouTube oder wegen dem Aufhören? Über Aufhören, ja. Bei mir, also muss ich so hart sagen, hat Vernunft gar keine Rolle gespielt. Also wenn du willst, kannst du das Vernunft nennen, aber das hat nichts mit Vernunft zu tun. Weil wenn du, und ich sage das immer ein bisschen martialisch in meinen Videos, aber das ist tatsächlich so. Ich war in der Entzugsklinik gewesen und die nennen das dort auch so. Die machen dort begleitete, ein bisschen makaber, aber begleitete Sterbehilfe. Also diesen Begriff habe ich einmal gehört von einem Pfleger, weil Leute da wirklich, gehört halt, wenn du körperlich abhängig bist, sehr oft so Krankheit dazu, dass du leider diese Schleife immer wieder machst und diesen Suchtdruck bekommst, Rückfall, und dann bist du körperlich drinnen. Das ist nochmal eine andere Kiste als, das ist mehr als dieses Emotionale. Aber du schaffst das mit Vernunft nicht mehr. Es gibt Leute, ey, die bekommen Zuschriften mit kalten Entzügen und sowas, richtig, 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 und das ist auch scheiße gefährlich und so. Und ich war so weit, ich habe diese emotionale, psychische, ich habe alles durchgespielt und dann war ich im Körperlichen drin. Und da bin ich nicht mehr rausgekommen. Ich bin, und das war dann wirklich, ich bin dann in eine körperliche Phase gekommen. Und dann, ich weiß nicht, du hast auch gesagt, du hast abgenommen, man wird ja so aufgedunsen. Ich habe aufgedunsen, ganz viele Partybilder von mir, ich kann die nicht mehr sehen. Ey, dann, ich weiß nicht, also, warst du viel im Solarium, du bist ja, hast ja im Dunklen. Nee, gar nicht. Gar nicht. Ey, Bilder, so Party-Shooter-Bilder, rote Fresse vom Solarium, weil du noch 20 Minuten denkst, ja, ich meine, das ist heute manchmal nicht besser, aber heute mache ich das eher wegen Geschichterarbeit. Und dann noch so eine aufgequollene Fresse und sowas. Wenn ich das sehe, ich sehe da wirklich so eine andere Menschen so. Und dann ging das aber, und das war dann wirklich sehr alarmierend gewesen, dann ging das sehr schnell und diese letzte Dynamik der körperlichen Sucht war mir richtig brutal gewesen. Dann ist das umgedreht, ich konnte nichts mehr essen, aber ich habe gegessen, habe es ausgebrochen. Ich habe gegessen, habe es ausgebrochen. Dann habe ich ein Bier getrunken, das hat so geschäumt in meinem Magen, ich habe das Bier ausgebrochen. Dann habe ich getrunken, habe das ausgebrochen. Das ist das sogenannte, dann kam, das nennt sich im Fachschal genau, Trockenkotzen. Du erbrichst dich morgens, obwohl du nichts im Magen hast. Also das kennst du eigentlich nur so von Alkoholvergiftungen, wenn dann noch Galle kommt, aber dann noch nicht mal Galle kam. Es kam Galle und dann kam nichts mehr. Und es hat sich so angefühlt, als ob, es war schlimm. Es war, mein Körper hat mir gezeigt, ich habe abgenommen. Ich war nur noch, ich bin jetzt eben noch nicht der, ich bin 1,74, heute wiege ich, es schwankt halt 77 Kilo, also gut, gesund, kann man so lassen. Und ich habe zu meinem schlimmsten Zeitpunkt, habe ich 60 Kilo gewogen, 59 Kilo gewohrt. Ich war, ich habe das Einzige, ich habe dann Bier getrunken, so nach dem dritten, vierten Mal erbrechen ist es drin geblieben. Dann konnte ich ein Bier trinken. Dann konnte ich noch ein Bier trinken, dann konnte ich aber nichts essen. Dann habe ich trockenes Toastbrot gegessen, nur damit mein Magen was dran ist. Ich habe so Haribos immer gehabt und habe diese Haribos wegen Zucker, ich habe es so dramatisch abgenommen. Ich habe im Kopf gemerkt, diese Geschichte erzähle ich immer wieder, das war das erste Mal, als ich das gemerkt habe, ich bin in den Supermarkt gegangen. Ich wollte mir ein Shampoo kaufen und frage mich nicht, was ich da gelesen habe, aber ich wollte irgendwas lesen. Und ich habe die Wörter gelesen, habe es aber rationell nicht verstanden, was da steht. Und dann dachte ich, was ist denn los mit dir? Dann habe ich irgendwann gemerkt, das habe ich selber nicht gespürt, die Leute in der Supermarktkasse, die drehen sich zu mir um. Ich hatte es erst mal gar nicht so wahrgenommen, aber das ist mir öfter passiert. Und irgendwann, meine damalige Lebensgefährtin hat gesagt, du riechst über die Haut. Ich habe nach Ammoniak gestunken. Also, lange Rede, kurzer Sinn, könnte ich noch viele Situationen erklären. Das war richtig dramatisch, dann hat es dramatische Züge bekommen und dann, und jetzt weiß ich nicht, ob man es Vernunft nennen kann, ich habe die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen. Und mir war klar gewesen, weil ich habe Situationen gehabt, da habe ich gebetet und gesagt, morgen trinkst du nichts, morgen trinkst du nichts, du willst es nicht. Dann stehst du auf und sagst, okay, ich trinke jetzt nicht. Und dann ist es schwindelig, hast kaum gegessen die letzten Tage. Und dann, ähm, sagst du, okay, du trinkst nichts, dann guckst du auf die Uhr und dann sagst du, okay. Und dann, ich habe so absurde Momente gehabt, wo ich mir gedacht habe, ähm, okay, so ab 16, 17 Uhr trinkt ja ein normaler Mensch so ein Feierabendbier. Also kann ich das machen? Also trinke ich ganz, also völlig absurd. Das war gar nicht mehr möglich. Und dann habe ich so richtig Entzugserscheinungen geschwitzt. Ich weiß, noch einmal habe ich so, meine Gardinen, habe ich auf die Idee gekommen, ich wechsle meine Gardinen. Weil die sind dreckig. Dann habe ich das gemacht, ich habe geschwitzt, ich habe noch nie in meinem Leben so, als wenn ich Marathon gelaufen wäre. Und ich dachte, ja gut, es ist aber ganz schön warm. Also es war auch warm, aber es war ein Entzugserscheinungen. Keine Relation, ja. Wirklich. Und dann, ähm, ja gut, und dann war es 17 Uhr und dann habe ich ein Bier getrunken. Und dann, äh, es war ein Massaker dann auch zum Schluss gewesen. Wirklich. Und ich habe ja gemerkt, ich schaffe das nicht. Ich habe es dann auch mit der Arbeit nicht mehr geschafft. Das war so ein wichtiger Punkt bei mir, ne? Auf jeden Fall war es dann letztendlich keine Vernunft zu sagen, ich habe gesehen, zu was es führt, weil mir war schwindelig. Es war auch so, gab auch so Momente, wo ich so nicht ganz bei mir war, wo ich den Eindruck hatte, ich kipp gleich um oder sowas. Und meine damalige Lebensgefährtin hat auch, das war auch so ein Satz, den weiß ich bis heute, rückwirkend gesagt, ich habe jeden Tag, weil sie war arbeiten, ich habe jeden Tag die Angst gehabt, ich komme nach Hause und du liegst auf dem Boden. Mhm. Und das war absolut realistisch zu dem Zeitpunkt. Und dann, das hat mich dazu bewegt, ich bin zu einem Arzt gegangen und habe gesagt, du warst im Zustand, das war auch immer übersehbar. Ja, und dann haben, klar, dann hat er gesagt, sie müssen, sie werden sterben, wenn sie so weiter war. Und das war die Ansage. Und es ist, also, ja, ist ja egal, was für Worte du verwendest, aber das hat nichts mehr damit zu tun gehabt, dass man irgendwas abgewogen hat und sowas. Das ist schon, das war Endlevel schon gewesen. Ja, aber ich finde es so spannend, wie, also was für verschiedene Punkte bei verschiedenen Menschen dazu führen, dass sie dann aufhören. Bei manchen muss es irgendwie sein, ja, wenn sie nicht aufhören, dann sterben sie. Bei anderen hilft es irgendwie, wenn sie ein Video gucken, wo man erzählt, welche negativen Folgen Alkohol haben könnte, so. Und dann gibt es natürlich die ganze Range so dazwischen, aber das ist schon spannend. Das finde ich auch ganz wichtig. Deswegen finde ich auch wichtig, alle, die, auch du oder Nathalie oder so, die das machen, gibt es auch andere Kanäle, jeder macht es eben auf seine Weise. Genau, ja, voll. Und ich glaube auch, und das ist auch wichtig, wie soll ich das sagen, ich glaube, dass auch viele Zuschauer sich von anderen Leuten abgeholt fühlen. Das hat auch gar nicht so jetzt was persönlich, ich weiß es nicht, der eine redet vielleicht lieber mit einem, keine Ahnung, der sieht da einen tätowierten Typen und fühlt sich von dem abgeholt vielleicht. Ja, ja, voll. Das ist auch gut, dass man da eine große Bandbreite anspricht. Ja, finde ich auch. Ich finde auch, dass es einfach mehr geben sollte, weil ich finde, man sieht es auch in anderen Bereichen. Da gibt es ja auch viel, viel mehr Kanäle zum Beispiel oder Podcasts oder sowas. Und die nehmen sich jetzt nicht mega die Zuschauer weg, weil wenn man sich für dieses Thema interessiert, dann möchte man und sollte man sich ja so weit wie möglich und bei so vielen wie möglich informieren. Voll. Ich hoffe ja auch, dass diese Sobriety-Bewegung jetzt sehr wächst und groß wird. Ja, finde ich auch cool, dass du das so pusht. Ja, sehe ich absolut genauso. Also man sollte da auf jeden Fall für die Sache, ich meine, wir machen ja kein Entertainment oder sowas. Nee. Also vielleicht gibt es zum Beispiel Sachen, die wirken entertainig. Das schadet ja nicht. Ja. Kann ja machen. Aber letztendlich ist es eine diepe Sache, die Menschen bestenfalls hilft und so. Und deswegen finde ich es gerade noch mehr von allen Kanälen auch. Ja, da sollte man sich einfach der Verantwortung bewusst sein, dass es auch wichtig ist, dass man irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, sich nebeneinander nicht nur, sondern auch vielleicht unterstützt. Miteinander. Deswegen finde ich es auch cool, dass wir jetzt was machen. Ja, richtig, richtig. Finde ich geil. Weißt du noch, wie du auf mich gestoßen bist eigentlich? Kannst du dich erinnern? Ja, ich habe dich, glaube ich, damals schon relativ früh, als ich angefangen habe, bei meiner Recherche auf YouTube dann gesehen. Du hast ja gesagt, du hast quasi drei Wochen vor mir angefangen. Genau. Und dann irgendwie auf Insta gefolgt. Und dann hattest du irgendwo, glaube ich, mal in einer Story oder einem Post erzählt, dass du hier aus meiner Gegend eben kommst. Und da habe ich mir gedacht, wie cool, da ist endlich jemand, der ist in der Nähe, mit Corona etc., dann könnte man ja auch mal was machen. Und dann... Cool, stimmt. Kann mich erinnern. Habe ich dich angeschrieben. Wie weit bist du hierher gefahren? Drei, vier Stunden. Drei, vier Stunden. Das ist alles ziemlich gut in einer Hälfte Stunde erreichbar. Ja, das ist ja. Okay. Gut. Dann hast du eine Therapie gemacht, genau, beziehungsweise hast dich um deinen Burnout gekümmert. Ja. Das finde ich ganz interessant, weil das auch wirklich mein Thema war, da sind wir vorhin stehen geblieben, jetzt haken wir da wieder ein. Es ist immer gut, wenn man, egal wie lange da vor mir ist, jetzt zurückkommt. Du hast gesagt Selbstwert, du hast gesagt die anderen haben auch, oder derjenige da nicht herangetreten ist und gesagt hat, Diana, ich brauche dich dazu, du machst das so toll. Aber war es auch so, dieses nicht abgrenzen können? Ja, total. Also das ist eine Sache, die ich immer noch lernen muss, nicht abgrenzen können und eben auch Nein sagen. Das sind so diese beiden Sachen. Finde ich auch extrem schwierig, weil zum Beispiel, ich lese sehr gerne Ratgeber, ich lese einfach sehr gerne. Und wenn dann... Das schon meinst du jetzt. Genau. Ja, ich übrigens auch. Ja, cool. Mach ich auch. Und wenn dann, ich haare schon wieder. Und wenn dann, da steht, ja, dann müssen sie sich halt da abgrenzen oder da müssen sie überhaupt erstmal ihre Grenzen finden. Also die reden immer nur von Grenzen finden, abgrenzen etc. Aber es sagt mir keiner, wie mache ich das denn dann? Schwierig, ja. Das ist halt, also das finde ich sehr, sehr schwierig, dieses Abgrenzen. Vor allen Dingen, ich weiß, also ich brich das für mich immer, weil mir geht es da genauso. Ich grenze mich ab. Ich kann das auch heutzutage viel, viel besser. Das Problem bei mir ist nur, das habe ich auch mal in einem Video erklärt, das Problem ist bei mir einfach, vielleicht fühlst du das, ich grenze mich ab und weiß, dass das mein Stressmanagement gut tut. Es fühlt sich aber in dem Moment falsch an. Und das ist ein Konflikt in mir drin. Und das ist schwierig, das hinzubekommen. Und das mündet dann sehr oft, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich grenze mich nicht ab, ich grenze mich nicht ab, folge also meiner Intuition oder meinem Selbstbewusstsein, also du weißt, was mein Ego halt dann so braucht. So, ich merke aber, dass der Stress größer wird. Und ich merke schon, das ist eigentlich zu viel so, aber ich kann nicht nein sagen. Und dann irgendwann kommt man so eine Situation, wo es auch voll unangemessen ist, aber die eine Situation zu viel ist. Ja, und dann explodiert es. Genau. Also das kennst du auch. Ja, total. Also was ich jetzt so, momentan funktioniert abgrenzen bei mir tatsächlich, hauptsächlich nur, wenn ich, ich lüge nicht, aber wenn ich irgendeinen Vorband habe, wenn ich zum Beispiel, ich habe mir eigentlich vorgenommen, okay, sonntags ist mein Tag, ich nehme mir sonntags frei. Und dann fragen mich Leute hier, sonntag dies, sonntag das und so. Und es fällt mir extrem schwer zu sagen, nein, ohne überhaupt irgendwie etwas zu sagen. Oder nein, weil das ist, da brauche ich einfach mal Zeit für mich. Sondern ich muss immer irgendwas vorschieben. Nein, ich finde das so voll unverschämt, wenn ich das so schreibe. Ja, genau. Und deswegen, dann habe ich dann irgendwelche Fake-Ausreden oder irgendwelche Fake-Termine, die an dem Tag gar nicht sind, aber theoretisch sein könnten, damit ich halt eigentlich Zeit für mich habe. Guck mal, ich sage dir ein geiles Beispiel. Kenne ich voll. Ich muss immer begründen, warum es nicht geht. muss ich immer, ich fühle das so, was du sagst, ich habe jetzt Realtalk letztens, ich meine, du wirst ja bestimmt auch oft angeschrieben von dort und so. Und man versucht, ich weiß nicht, wie du das zeitlich schaffst, mit Antworten. Ich versuche es immer, es dauert manchmal auch eine Woche. Das ist halt. Gibt mir das so. Ich meine, wir arbeiten ja beide. Ja, eben. Wie ist das eigentlich? Arbeitest du, hast du feste Arbeitszeiten? Nee, gell? Nee, aber ich arbeite halt sehr, sehr viel, weil ich immer noch in diesen Burnout-Dingen drin bin, dass ich das immer reduzieren muss und so. Aber es ist halt mit selbstständig sehr schwierig. Vor allem, wenn man dann immer coole neue Ideen hat und dann am liebsten alles umsetzen möchte. Okay, ja, kann ich mir vorstellen. Stimmt, weil da bist du ja noch mehr auf eigene Verantwortung angewiesen. Stressmanagement. Das ist ja noch schwieriger. Bei mir ist das ja, bei mir reguliert das ja meine Arbeitszeit. Wobei ich da auch, also ich habe eigentlich eine 40-Stunden-Woche, aber ich habe Wochen gehabt, da habe ich 50 Stunden gearbeitet. Das ist auch so eine Sache. Aber ich sage Gold. Also bei mir ist das auch so, ich versuche wirklich jedem zu antworten. Ich sage immer, wenn die Leute mich vernünftig anschreiben und was ich nicht mehr kann, weil es einfach zu viel ist, es gibt Leute, die schreiben dann, also ich antworte erst mal, immer generell, so dank einer Nachricht, aber da geht es gar nicht mehr um irgendwie Hilfe wollen, sondern die führen einen Smalltalk oder sowas. Oder das geht dann, also ich priorisiere dann die Leute, die Hilfe wollen. Aber was ich sagen wollte, da gibt es solche und solche. Da gibt es Leute, Leute, die nicht das Gespür dafür haben, wie dein Stresslevel ist, wie deine Verpflichtungen sind, die wissen auch nicht, was hinter Content created, also was das bedeutet, wie viel Arbeit das ist und sowas. Und da habe ich letztens eine Nachricht bekommen, da hat jemand einfach geschrieben, ey, was ich cool finde, ey, ich finde dich cool und so, mega, mega cool, und sagt so, können wir uns mal treffen. Übrigens, das bekomme ich oft geschrieben, und ich weiß nie, wie ich den Leuten erklären soll, dass ich 50 Stunden arbeite, YouTube mache, Instagram mache, ein Privatleben habe, zu Hause eine Frau sitzen habe, die ab und zu mich auch sehr will. Die ich auch gerne mal sehen möchte. Meine Eltern haben mich letztes Mal vor einem Monat gesehen. So, und dann kann ich nicht sagen, jo, ich komme zu dir, 300 Kilometer, gefahren. Aber dann denke ich mir, wenn derjenige diese Frage schon stellt, oder mich das... Dem ist das ja nicht bewusst. Ich kann nicht einfach schreiben, nein. Ja. Ich glaube, ich muss dann irgendwie so erklären, ich arbeite 50 Stunden, und dann gibt es aber Leute, die verstehen das trotzdem nicht. Ja, wenn du mal Zeit hast, melde dich. Ja, dann schreibst du einfach, ja klar, mache ich. Nee, aber, ja. Aber das ist mit diesem Begründen, man kann nicht einfach nein sagen. Das habe ich weiter ausgeholt. Ja. Kann ich gut. Kann ich, kann ich, ja. Schwierig. Ja, aber ich glaube, also das ist ein Punkt, den viele Menschen haben, dass du, dieses Abgrenzungsding, und ich habe, genau, das ist was Gutes, was du gesagt hast, mir geht es auch oft so, in der Theorie, weiß ich es, sogar in der Situation sehr gut, du kriegst es nicht umgesetzt. Ja. Kennst du das? und so. Und wie hat sich das, das würde mich auch immer interessieren, wie hat sich das, wenn du, weil so ein Burnout, das ist ja auch so ein bisschen fließend, das ist ja nicht an einem Tag, ne? wenn du es beschreiben müsstest, wie hat sich das genau bemerkbar gemacht, wo du gemerkt hast, also von einer Situation, wo du sagst, du hast aufgehört zu trinken, dir, oder warst du da schon im Burnout drin gewesen? Dabei schon im Burnout. Also man muss aber dazu sagen, das ist ja mein zweiter Burnout, ich habe ja schon mit 18 meinen ersten gehabt, und je nach Theorie gibt es einen durchgängigen Burnout, bis du ihn überwunden hast, oder du hast halt mehrere Burnouts, also das, je nachdem, welche Fachrichtung oder welche Theorie man da in der Psychologie irgendwie nimmt, genau, und ich habe da schon aufgehört, ne Moment, ja genau, ich war schon im Burnout, als ich aufgehört habe zu trinken, und mir hat sich das bemerkbar gemacht, eigentlich tatsächlich, das Problem bei mir ist, ich habe nicht den normalen Burnout, sondern die High Functional Version davon. Ja, kenne ich. Gibt es erst seit neuestem, oder haben sie erst seit neuestem irgendwie so erkannt? Ich glaube, das heißt High Functional Depression. Gibt es auch. Gibt es beides. Ah, okay, okay, wusste ich nicht. Ja, gibt es beides. Und das haben die irgendwie noch nicht so lange quasi erkannt, und da habe ich dann, ich glaube, auch auf YouTube irgendwann mal ein Video drüber gesehen und dann habe ich gemerkt, ach krass, weil mich haben die Leute mal gefragt, wie kannst du Burnout haben? Und auch mein Umfeld versteht es zum Teil bis heute nicht. Wie kannst du Burnout haben? Du funktionierst doch perfekt. Dein Leben ist doch 1A. Ich bin die organisierteste Person der Welt. Wirklich, ja. Ich auch. Und das war ich bis zum, also immer, egal, auch auf dem Höhepunkt meines Burnouts. Und das haben die Leute halt nie verstanden, aber das ist diese High Functional Version. Und innerlich bist du aber eigentlich tot. Du denkst nur in Agendas. Ja, genau. Kennst du das? Abarbeiten. Genau. Und diese Sinnfragen habe ich mir sehr oft auch gestellt. Kennst du das? Ja, total. Also von meiner Jugend her auch schon, aber dann in dem Burnout war das auch einfach so, weil ich dann halt auch keinen Sinn mehr in meiner Arbeit gesehen habe und mir es dann gleichzeitig keinen Spaß mehr gemacht habe. Es war nicht mehr intrinsisch motiviert. Ich habe überhaupt nichts mehr zurückbekommen. Ich habe immer nur gegeben, gegeben, gegeben. Und ja, also es war innerlich einfach komplett tot. Das Problem ist auch bei der Arbeit, kennst du das, das ist irgendwann aufgebraucht, dieses von außen. Das ist irgendwann aufgebraucht. Du hast auch irgendwann, was weiß ich, vielleicht karrieretechnisch, also wenn das eine Motivation war, bist du vielleicht dort, wo du bist oder hast du jeden schon mal zufriedengestellt oder hast du auch schon mal jetzt genug Projekte gemacht, wo du es gezeigt hast. Es ist auch irgendwann mal, es ist aufgebraucht, das von außen, was du dir holen kannst. Ja. Und das ist dann auch ein Punkt, wo der dann für mich sehr frustrierend war, weil ich das gespürt habe irgendwie so. Du kommst immer in eine Sackgasse mit dem Ganzen. Aber wie hast du es für dich aufgelöst? Ich habe es für mich tatsächlich so aufgelöst, ich bin, also ich habe, aus der Therapie kenne ich das ganze Thema. Danach lief das sehr, sehr gut. Und ich konnte das gut managen, was aber auch damit zu tun hatte, dass ich meine Arbeitsstelle gewechselt hatte und quasi alles neu gewesen ist und ich von neu angefangen habe und da wirklich, wie du so schön gesagt hast, intrinsische Motivation, also aus mir heraus, Bock hatte, viel Prozesse zu lernen, ach cool. Und ich arbeite in einem sehr komplexen Berufsfeld, also die Leute wissen das bei mir auf dem Kanal, in der Pharmaindustrie, aber Pharma ist nicht gleich Pharma, weil unser Bereich ist sehr komplex. Wir machen alles, wird jetzt nur langweilig, aber es ist sehr komplex. Sehr viel lernen, neue Kollegen, neues Setting, neues, von Tag zu Tag werden wir was Neues lernen, aber sehr viel intrinsisch dabei gewesen. Und ich habe gar nicht gemerkt, wie das irgendwann, weil dann haben die, ey, du machst das cool, du machst das, also das war beides, intrinsisch und von außen kam auch dieses, ey, du wirst schnell eingearbeitet, du verstehst die Prozesse schnell, ich habe nur niemanden gesehen, der das so schnell kapiert und sowas, beides, das war wunderbar, mir ging es super zu dem Zeitpunkt. Und irgendwann kam der Punkt, wo dann auch dann zur Debatte stand, du könntest doch hier auch mal hier so Führungskraft. Und dann, das war der Beginn, wo ich mich wieder verloren habe, weil ich dann nebenberuflich, ich arbeite schlicht, früh, spät, nacht, und viel und so, und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das nebenberuflich, zwei, dreimal die Woche noch Schule. Boah. Da habe ich samstags teilweise sechs Stunden Schule gehabt, Meisterschule, Industriemeister gemacht, das ging zweieinhalb Jahre gegen das. Das hast du durchgezogen? Das habe ich durchgezogen, ja. Und da, in dieser Zeit, habe ich mich wieder voll der Sonn verloren und konnte keine, nur noch in der Agenda ist. Du musst das noch in den Meisterkurs machen, für die Prüfung lernen, da eine Präsentation machen, auf der Arbeit ja auch funktionieren. Ja, ja, klar. Du willst ja immer noch, ah, du kannst das so gut lernen, du bist ja so gut, kriegst das alles hin. Ja, im Privatleben natürlich auch noch, ne, da will ja auch jeder. Ja, genau. So, ich muss wirklich sagen, muss man wirklich sagen, haben wir eine Frau, damals Freundin gehabt, die super viel zurückgesteckt hat. Also ganz viele Beziehungen hätten das vielleicht nicht mitgemacht in der Zeit. Das war ich auch wirklich zu schätzen. So, und in der Zeit, das hat alles wieder, alles wieder ganz schlimm gemacht. Da war ich in einer ganz schlimmen Phase gewesen. Und als ich diesen Meisterkurs bestanden habe, dann habe ich auch die Stelle bekommen und so. Aber da hattest du ja schon kein Alkohol mehr getrunken, ne? Genau, da habe ich kein Alkohol mehr getrunken. Hatte ich nicht gehabt. Ich habe dann aber auch so typische Settings dann auch irgendwann auch gar nicht mehr besucht, weil, wo willst du die Zeit dafür noch haben, über die ich gerade beschrieben habe. Wie ist das? Das würde mich mal bei dir interessieren. Wie ist das, weil du ja sagst, emotional, psychisch, körperlich war bei ihr ja nie gewesen. Hast du eine Form von Suchtdruck gespürt, psychisch? Während ich noch getrunken habe, meinst du? Nee, als du dann aufgehört hattest? Gar nicht. Überhaupt nicht? Ja, also ich muss tatsächlich sagen, dass ich da, glaube ich, sehr, sehr viel Glück hatte. Und ich hatte seit, also ich sage immer, es gibt so einen Klickmoment, ja? Und wenn man diesen Klickmoment hatte, dann ist es auch kein Problem mehr. Dann will man auch nie wieder Alkohol trinken, weil dann will man kein Alkohol mehr trinken. Dann ist es kein, ich darf nie wieder Alkohol trinken und ich bin krank und so, sondern dann will man es nicht mehr. Und ich hatte tatsächlich diesen Klickmoment mit dem Tag meines Aufhörens. Und seitdem, also ich kann das auch einfach nicht mehr verstehen. Ich wüsste nicht, warum sollte ich Alkohol trinken? Es wäre genauso, wie wenn du zu mir jetzt sagst, hier, ich habe da ein Glas Wasser, da habe ich so ein bisschen Arsen rein. Du wirst nicht dran sterben, aber du kriegst Kopfweh davon und du musst dann vielleicht auch ein bisschen kotzen, wenn du zu viel trinkst. Aber hey, du hast coole Laune und du bist offen. Ja, also geil, wie du das beschreibst, weil absolut so sehe ich das heute auch, wenn Leute, wenn Menschen mich fragen nach, zum Beispiel, das ist auch bekannt, da habe ich den Leuten auch schon erzählt, trinkst du alkoholfreies manchmal? 0-0 trinke ich. Also wenn es wirklich komplett alkoholfrei ist, trinke ich schon. Okay. Hast du irgendwie da, hast du Bedenken gehabt, bevor du das getrunken hast? Also zum ersten Mal so 0-0, dass du auch nicht hast? Nee, gar nicht. Also mir war halt, mir war von vornherein klar, das alkoholfreie Bier hat Alkohol drin und das 0-0 nicht. Deswegen war mir das immer wichtig und wenn ich nicht weiß, weil es gibt ja auch jetzt so alkoholfreie Alternativen, was weiß ich, Wein, Gin, blablabla und manche haben ja noch Alkohol drin und wenn ich das nicht weiß, dann trinke ich es nicht, weil will ich einfach nicht. Wenn es wirklich safe ist, dann schon, obwohl ich es meistens... Und es ist dir noch nie passiert, dass du... Es gab nie den Moment, wo du gesagt hast, ich trinke mal einen Schluck oder ich... Also du hast seitdem wirklich keinen Tropfen getrunken? Ja. Okay. Das ist sehr konsequent, muss ich sagen. Wobei ich... Doch, ich habe tatsächlich... Das kam bei mir das erste Mal, aber muss ich sagen, da war ich drei Jahre trocken. Oder nüchtern. Natürlich das Wort ja nicht, aber wir wissen ja, worauf wir sprechen. Ja. Und ich sage dir, das hat mich erschreckt. Ja. Das hat mich erschreckt, weil das Problem ist, damals auch zu dem Thema, es gab keine Kanäle. Das heißt, ich musste... Das, was die Leute mir gesagt haben, musste ich für mich als wahre Münze sehen. Wahre Münze. Wahre Münze. Genau. Also und... So und du bekommst halt sehr viel bei der Psycho... Deswegen empfehle ich auch in der Psychotherapie, weil man individuell arbeiten kann. Aber der Psychotherapeut ist kein Suchttherapeut. Also der ist darauf nicht spezialisiert, da geht es um andere Dinge. Und in der Suchthilfe ist es halt so, da gibt es halt sehr dogmatische Ansätze, auch sehr alte Ansätze. Vieles, was stimmt, also das möchte ich Ihnen abrede stellen, aber vieles, was pauschal gesagt wird und nicht individuell auf dich, weil es muss nicht alles so... Du verstehst, wie ich das meine. Aber da gibt es auch immer nur pauschal Lösungen. Und das hat mich immer gestört. Und deswegen mache ich auch den Kanal, damit ich auch zeigen will, es gibt Sachen dazwischen. Jeder Mensch ist anders und so. Das ist halt einfach so. Und ich habe halt immer drei Jahre lang eingetrichtert bekommen, diese Dogmen. Und wenn du ein Glas und dann der Schluck und dann bist du wieder tot. Also ich habe wirklich in Klischees gedacht, in Dogmen gedacht und in dem Moment, das Setting war auf einem Konzert, das habe ich auch schon mal auf meinem Kanal erklärt, wo ich dann tatsächlich, wir waren dann davor bei der Fastfood-Kette Essen, da bekomme ich mal so einen schlossigen Mund, dann war das in der Konzerthalle so warm gewesen, da hatte ich durch, dann war ich auf Toilette, dann war die Schlange so lang, so und meine damalige Freundin, heutige Frau, hat so ein Bier in der Hand gehabt. Und ich sehe nur, das Konzert fährt an, die Schlange ist so lange. Und dann habe ich gesagt, komm, gib mal einen Schluck. Und ich habe in dem Moment wirklich Angstsymptome bekommen, eine halbe Panikattacke bekommen, musst auf Toilette gehen. Nicht, weil ich Angst hatte, dass ich jetzt weiter trinke, aber weil all das, was drei Jahre lang mir erzählt worden ist, jetzt ist es passiert. Verstehst du? Und dann dachte ich, was passiert jetzt? Jetzt passiert das, was die Leute mir gesagt haben. Und das ist auch so ein Message, die ich halt auch auf dem Kanal rüberbringen will. Es ist, ja, du hast getrunken, aber du bist dann nicht im Zombie-Modus. Du bist dann auch nicht im Autopilot. Du kannst dann sagen, ich höre jetzt auf. Und das finde ich so fatal, dass das nicht mal so vermittelt wird. Klar, die Leute wollen halt auch vermitteln, so, du hast überhaupt gar nichts. Du hast überhaupt gar nichts. Ist auch richtig, deswegen will ich nicht dagegen sprechen. Aber es ist mir so wichtig, den Leuten zu erklären, dass du, selbst wenn ich das ganze Bier getrunken hätte, immer noch die bewusste Entscheidung treffen können. Dann ist es natürlich wichtig, hinterher, wie ist es dazu gekommen, warum habe ich das? Genau, richtig. Und dann bringt sich das weiter. Aber ich bin felsenfest dafür überzeugt, ich weiß nicht, wie deine Meinung ist, Leute, die einen Rückfall haben, also Rückfall im Sinne von, die fangen wieder an zu saufen. Ja. Ein ganz großer Teil davon, meiner Meinung nach, ist, weil die nicht mit böser Absicht, aber so dogmatisch dahin, sag mir es, dahin getrieben werden, genau, dass die diesen Moment, der mir passiert ist, dann bricht alles zusammen. Ja. Und das ist fatal. Ja. In meinen Augen. Ja, ich habe auch relativ von Anfang an, habe ich auf Insta einen begleitet, mit dem habe ich auch ein paar Mal telefoniert, und mit dem schreibe ich auch immer noch, der eben aufhören wollte. Und der hat auch, der war zu dem Zeitpunkt, war halt, glaube ich, tatsächlich nüchtern, und der hat ja gleich ein, zweimal gehabt, wo er dann doch wieder was getrunken hatte und verleitet worden war und so. Und ich habe auch immer wieder zu ihm gesagt, hör zu, das ist nicht schlimm, lern aber daraus, ja. Also du kannst ja heute wieder anfangen, heute ist wieder Tag eins, aber lern daraus, reflektier, warum hast du das gemacht und so. Und der ist jetzt tatsächlich so weit, dass er in diese Situation wieder kommen kann und nicht trinken möchte, einfach weil er es nicht möchte, weil er es halt geschafft hat. Aber er hat halt diese Rückfälle, sage ich jetzt mal, gebraucht. Und jeder hat da auch seinen Weg. Ich meine, wenn ich früher gewusst hätte, dass man auch nüchtern leben könnte, hätte es auch sein können, dass ich auch ein paar Mal diese Erfahrung hätte machen müssen, ja. Ich habe diese Erfahrung halt gemacht, ohne zu wissen, dass ich eigentlich nüchtern werden will. Sondern ich habe halt, ich habe auch, das habe ich, glaube ich, noch nie erzählt, aber ich habe tatsächlich eine Phase gehabt, wo ich in meinem Kalender eine Tabelle hatte, wo ich abgehakt habe, an welchem Tag habe ich Alkohol getrunken. Weil ich es halt eigentlich jetzt im Nachhinein reduzieren wollte. Das habe ich damals aber nie so, das war halt unter dem Gesundheits, da habe ich auch geschrieben, weil nicht spazieren gehen, was auch immer so. Aber im Nachhinein war das ja auch eine Reduktionsvariante, die ich da gemacht habe. Und das war dann halt auch mein Weg. Also ich habe das irgendwo auch gehabt, nur hatte ich halt nicht im Kopf, dass ich nüchtern werden will. Aber unterbewusst war es das. Und jeder muss da seinen eigenen Weg gehen. Das ist ganz wichtig. Ich finde das super, das Beispiel, was du gebracht hast, mit dem, den du begleitet hast, weil man auch über, das ist es aber, kann nicht über, es gibt nicht den Weg. Ja, genau. Und das kann auch ein Weg sein. Und das ist ja sehr wertvoll, das ist doch mit anderen mentalen Sachen. Wir haben geredet über die Burnouts, du kannst dich nicht abgrenzen. Ja. Du hast es wieder nicht geschafft in einer Situation und dann lernst du daraus und du reflektierst für dich, was war es gewesen. Genau. Wichtig ist halt nicht aufzugeben, immer weiterzumachen so. Richtig. Und ich finde das deswegen auch so wichtig, dass viele junge Leute wie wir, wie andere Kanäle, sich dem Thema widmen, weil wir gehen da auch nicht mehr so dogmatisch dran, diese Dinge. Ja, genau. Und deswegen habe ich auch damals, ein Hund ist hier. Ey, ein Hund ist hier. Was ist los? Ja, deswegen habe ich damals zum Beispiel viel mehr mit der Psychotherapie anfangen können, als mit diesem Selbsthilfezeug. Was gut ist, was dich auffängt, was dir vieles erklärt, was mir, in meinem Fall, nicht jede Selbsthilfegruppe ist gleich, aber mit zu viel von diesem Dogma. Ja. Ohne die jetzt zu bashen, das ist gut, dass es die gibt. Ja, es hat so eine Berechtigung und es hat vor allem, glaube ich, früher viel dazu beigetragen, dass Leuten geholfen wurde und dass Alkohol und Alkoholismus aus einer Ecke rauskommt. Aber ja, ich glaube, es ist auch Zeit für neue Sachen und es gibt immer noch Leute, denen das hilft und ich bin ja selbst auch noch in einer und ich glaube, wenn man da offen genug ist, dass man auch manche Sachen ausschalten kann, dann kann einem das super helfen oder auch generell, aber deswegen, ja, super, dass es halt auch andere Methoden gibt und dass es einfach auch auf ein moderneres Level gibt, kommt. Und differenziert da vielleicht auch betrachtet. Und dass die Forschung auch weitergeht, das finde ich halt auch so wichtig. Also tatsächlich finde ich auch, dass das, was wir machen, auch irgendwie ein Teil dazu beiträgt, so zu dieser Forschung. Ja. Weil wir halt an uns selbst forschen oder an uns da auch ein Tipps weitergehen. Ja, aber auch indem wir darüber reden, da können dann andere wieder was daraus lernen und zum Beispiel bei Nathalie ist es so, ich glaube, sie arbeitet jetzt sogar mit einem Wissenschaftler zusammen und der analysiert, glaube ich, weiß nicht ganz genau, aber irgendwie hilft sie ihm da mit Daten und so und das finde ich super, weil dadurch kann er halt auch mehr geforscht werden. Ja, stimmt. Jetzt wo du das sagst, sie hat eine Story irgendwann mal gemacht, auch mit so Umfragen und sowas. Genau, ja. Finde ich klasse. Also die macht da richtig, aber das kannst du halt, ich finde es geil, dass sie das macht, also super, super Mehrwert. Ja. Weiß nicht, ob das davor schon mal, hat keiner damit beschäftigt, glaube ich, so richtig. Also es gibt so einen Alkoholforscher in Deutschland, der in allen Dokus, die es darüber gibt, ich glaube, Sides heißt da oder so. Ich weiß es gar nicht. Okay, ich hätte jetzt einen anderen gedacht. Okay, okay. Ja, oder vielleicht gibt es auch mehrere, aber es gibt nicht so viele und ich meine, das Thema ist ja auch, da möchte man nicht drüber reden in unserer Gesellschaft. Es hat auch keine Lobby. Es hat die Gegenteilige Lobby. Die Lobby, die halt Geld rein basht damit. Guck mal, ich habe manchmal, also ich weiß, der Vergleich hinkt, aber es sei von vorne rein, aber trotzdem bringe ich ihn mit den Zigaretten. Das hinkt überhaupt nicht. Das ist genau der passende Vergleich, finde ich. Findest du? Ja, schon, natürlich. Also von der Lobby stärker auf jeden Fall. Ja. So und darum, und manchmal denke ich mir, Zigaretten, und wenn mich jemand fragt, das ist auch voll, total illusorisch, wir sind gesellschaftlich, das ist so verankert, also mir geht es auch nie darum, aber ein anderes Umgang mit Alkohol zu schaffen, weißt du, das rächt mich manchmal, das pisst mich manchmal an, mit den Zigaretten haben wir das doch auch geschafft. Eben. In ganz anderen, guck mal, ich denke mir manchmal, du bringst dir so Beispiele und denkst, und dann sage ich so Sachen wie, ähm, keine Ahnung, ganz plattes Beispiel, was hat ein Alkoholschleierer für Land, letztens, wo ich bei mir im Rewe war, da ist, dass diese Abteilung größer als die Süßigkeitenabteilung, das ist kein Quatsch. Und das Ding ist so schön, also da kannst du dich drin verlieren, wie, als wenn du Süßigkeiten, so, warum gibt es kein scheiß Drugstore, warum gibt es nicht eine separate, also das, also damit zeigst du doch schon als Gesellschaft, wie stehst du zum Alkohol, dass du sowas zulässt. Und jetzt kann man sagen, ach ja gut, also was soll das bringen und so, aber bei den Zigaretten war das doch auch nicht anders gewesen, es waren viele kleine Sachen, es durfte nicht mehr, der Schuhmacher durfte es nicht mehr auf dem Heck haben, es durfte nicht mehr geworben werden, damit zeigst du doch, als Gesellschaft klare Kante. Genau. Was du akzeptierst und wie du das siehst. Genau. Beim Alkohol sehen wir das nicht als Droge, wir sehen das als Bonbons. Als Genussmittel, eigentlich als Lebensmittel, eigentlich so als Lebensmittel, als Kultur, wenn dann die Leute immer sagen, ja und da der Sommelier und dann gibt es noch den Biersommelier und das ist mein Kulturgut und so. Und ich meine, es gibt ja schon Länder, wo das funktioniert, ja, wo man sagt, man hat eben Drugstores oder man macht auch gescheite Prävention. Ich weiß nicht, wann ich überhaupt irgendwann mal bei Alkohol aufgeklärt wurde. In meiner Generation, wir hatten eine Biostunde über härtere Drogen, ja, aber wir wurden nie über Alkohol aufgeklärt. Und ich mir denke, man muss im Kindergartenalter bei uns ja schon anfangen, weil die Eltern daheim, die sitzen ja da abends mit ihrem Wein, mit ihrem Bier und dann jedes Kind kriegt das mit, das ist komplett normales. Aber es ist eine Droge und sie macht abhängig, sobald du anfängst, sie zu konsumieren und dann müssen wir halt damit anfangen, dass die Leute nicht damit anfangen. Richtig, weil, genau, zu meiner Zeit, als ich zum Beispiel angefangen habe zu rauchen, muss ich sagen, es war auch noch die Zeit, wo es, ist jetzt ein blödes Wort, aber noch als cool galt. Ist halt einfach so. Also das waren noch die Actionfilme in den 90ern. In den 90ern habe ich nicht angefangen zu rauchen, aber egal, ich war so geprägt. Also so die Actionfilme aus den 90ern, Bruce Willis, die haben alle meine Zigarette im Mund gehabt und sowas alles. Und jetzt schwingt ja alles so subtil mit. Und egal, ob das irgendwelche Musiker waren oder Talkshows, alte Talkshows, egal, das galt so als cool. Als cool, war so. So ist man auch aufgewachsen. Und das hat mich viel schneller dazu getrieben und anfangen. Und wenn du aber in einer anderen Gesellschaft anfängst, wo du andere Bilder siehst, wo die anderen Bilder vermittelt werden, schon von klein auf, wenn deine Helden im Fernsehen, in den großen Actionfilmen vielleicht, keine Ahnung, mach doch mal einen Actionheld, einen Rocky Balboa, wobei der hat ja nicht getrunken, aber sowas, weißt was ich meine, zu dem die Leute aufschauen, der vielleicht auch das vermittelt sogar, macht es sogar provokant vielleicht oder keine Ahnung, aber dann wechselt mit anderen Bildern auf. Es wird vielleicht dazu führen, dass du eine ganz andere Bezug dazu bekommst. All diese kleinen Dinge. Ja, eben. Genau. Jana, ich muss leider mal kurz für kleine Flaschengeister. Deswegen muss ich wieder eine kurze Pause machen. Alles gut. Und dann können wir gleich nochmal. Da sind wir wieder. Wir haben eine Pause, das fand ich ein spannender Moment, da habe ich gesagt, lass uns das gleich besprechen, weil du gesagt hast, und das war bei mir auch so gewesen, dass als du deinem Umfeld gesagt hast oder als du angefangen hast mit YouTube beziehungsweise als du gesagt hast, du fängst damit an, dann eine der ersten Sachen, was dir prophezeit wurde, Hate-Kommentare, Hass und sowas und überraschenderweise, oder du fandst das überraschend, dass du gesagt hast, kam gar nicht. Also gar nichts, gar nichts nicht, aber sehr wenig. Und ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, eigentlich auch nur ein bisschen am Anfang und jetzt so gar nicht mehr. Wie ist es bei dir? Cool. Ich habe das auch, ich habe die schlimmsten Befürchtungen gehabt, also ich habe dem Schlimmsten gerechnet. So wirklich, es kommt noch darauf an, was man als Hasskommentar findet, nicht, aber so richtig, dass es nur einfach vulgär beleidigt wurde, du irgendetwas, ganz selten, auch nur am Anfang, irgendwelche Trolls, die dann random, oder ich weiß nicht, ich kenne die Leute ja nicht, aber ganz, ganz wenig. Und dann war, wenn, und das sehe ich dabei nicht als Hate, sondern, wenn jemand vernünftig einen anderen Standpunkt hat, oder die Sache anders, das ist, aber, nicht so sehr auf YouTube, aber, muss ich jetzt leider sagen, sage ich immer wieder, oder habe ich schon öfter gesagt, Facebook. Ach, bist du da auch? Ich bin, ja genau, also ich habe YouTube, Facebook und Instagram, und ich muss sagen, Instagram noch überhaupt gar nicht. Ja, ich auch nicht. Aber Facebook, weil Facebook, und, ja, kann sich auch Leute angegriffen fühlen, aber muss ich halt so sagen, ist halt die ältere Plattform, steht sowieso generell, wenn du dir jetzt mal auch anguckst, was da so generell umgeht, ne, also, so hasstechnisch, ist es die Plattform mit dem größeren Potenzial, und ich kenne mich da jetzt auch nicht aus, ob da mehr Toll sind, oder was weiß ich, oder so, aber, da ist Potenzial da, und ich weiß auch nicht, ob das was mit der Demografie, also mit dem Alter zu tun hat, dass da auch vielleicht Leute sind, die das auch dafür nutzen. Da habe ich das schon öfter gehabt, dass jemand was Blödes geschrieben hat, und ich gehe aber trotzdem drauf ein, und schreibe, äh, erklär mir das mal bitte, oder, oder sowas, und dann stelle ich immer eine Frage, hast du das Video gesehen? Mhm. Und Leute schreiben immer, nein, brauche ich nicht, brauche ich mich von dem, was zu erklären, also, er weiß gar nicht, das Geile war gewesen, einer schreibt, ich brauche mir nicht von, in einem 5 Minuten Video von dem jungen Kerl, dass du erklären lassen, das Video ging 50 Minuten, also da hörst du dann auch auf, darauf einzugehen. Das ist dann auch absoluter Blödes. Aber warum glaubst du, dass so wenig auf YouTube und auf Insta, sag mal, Hate-Kommentare kommen, oder warum, weil wir haben uns ja auf mehr eingestellt, und es ist ja weniger gekommen, ist natürlich super, aber glaubst du, das hat irgendeinen bestimmten Grund? Es wird wahrscheinlich mehrere Faktoren haben, um das wirklich zu beleuchten, müsstest du dich in der Welt, also ich muss auch wirklich sagen, ich kenne mich in Social, Instagram zum Beispiel, ich habe Instagram erst gemacht, als es Flaschengeist gab, ich kenne mich in Social Media gar nicht so gut aus, Facebook kannte ich privat schon, und ich glaube schon, dass ein Faktor wirklich das Alter ist, und ich glaube auch, dass beide Plattformen unterschiedlich funktionieren. Auf Instagram ist es ja wirklich mehr ursprünglich Fotos, also es ist eher sowieso mehr, wie soll ich das sagen, jüngeres Publikum, und vielleicht auch gar nicht so viele Wortbeiträge, sondern viel mehr auf Fotos einfach, und bei Facebook, da geht es ja teilweise wirklich auch um politische Sachen, die da gepostet werden und so, und die Leute, glaube ich, verstehen die Seite auch mehr als, als, also als, Austauschplattform, genau, Diskussionsplattform, und da wird halt auch sehr viel polarisiert, und das siehst du dann halt auch in Social Media, und dann, wenn du schon auf so einer Plattform bist, wo Leute das kennen und diese Kultur miteinander kennen, dann werden die auch eher, wenn die auf deinen Kanal kommen, da eher mal sowas raushauen, während es auf Instagram vielleicht nicht so ist, so tue ich das in meinem Kopf gerade. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass es damit zusammenhängt, dass man so persönlich über sich erzählt und das Thema, weil, ja, weil, also diese Diskussion hatte ich im Familien- und Freundeskreis auch, wo die Leute sagen, warum erzählst du das denn so, du machst dich angreifbar, die Leute können irgendwie, so weiß ich nicht so, du erzählst halt privateste Dinge von dir, aber ich sage immer genau deswegen, weil ich die privatesten Dinge erzähle, weil ich komplett blank ziehe, weil es nichts mehr geht, womit die Leute mich angreifen können, ja, die Leute können nicht mehr kommen und sagen, ich habe gehört, du hast ja deinen besten Freund verprügelt, dann sage ich, ja, das wissen jetzt auch so und so viele tausend Leute, ich gehe damit offen um, so, was willst du mir denn damit, also man kann keinen Stein mehr auf mich werfen, weil ich sie alle offengelegt habe. Das stimmt, das ist so ein bisschen, kennst du Schwester Ever? Nee. Nee, das ist eine deutsche Rapperin, die war früher Prostituierte und ist genau mit dem Thema ins Rap-Geschäft eingestellt und hat das zum Konzept gemacht und hat ja gesagt, womit wollte ich mich überhaupt fertig machen? Ja. Was willst du sagen? du Nutte, sage ich doch auch, wenn du was diskommst, denkst du gerade so, ne? Also klar, damit ist vieles schon, jetzt könnte man sagen, also, aber das muss man halt für sich einordnen, ob man das überhaupt ernst nimmt, dass sich jemand wegen dem Inhaltlichen angreift oder sowas, ne? Aber, wie du schon sagst, damit hast du eigentlich alle Argumente gegen dich schon, ist auch so das Eight-Mile-Prinzip, alles, was gegen dich gesagt werden kann, nimmst du sowieso, ist ja dein Konzept. Ja. Das stimmt, ja. Es ist tatsächlich auch so ein bisschen was, was bei AA praktiziert wird. Also da hast du ja dann auch in irgendeinem Schritt, dass du quasi dich bei allen entschuldigst, bei denen du früher irgendwie, denen du was getan hast oder wo du dich schlecht verhalten hast und dadurch bist du dann auch irgendwann, wenn du dich bei allen entschuldigt hast und alles so irgendwie bereinigt hast, bist du dann auch quasi nicht mehr angreifbar, Weil du alles irgendwie... Das stimmt, das nimmt dir, glaube ich, auch viel psychische Last einfach, weil man macht sich ja viele Vorwürfe. Ja. Aber was für ein Prinzip ist das? Von AA. AA, okay, okay, okay. Aber das finde ich generell jetzt, ich wusste nicht, dass das denen zuzuschreiben ist, aber das finde ich generell sollte man, oder kann jeder zu sich entscheiden. Also ich weiß nicht, denen zuzuschreiben ist, aber das gibt es halt in dem Zwölfschrittprogramm eben auch so. Okay, okay, okay. Nee, aber ich finde das super vernünftig, würde ich auch jedem raten. Ja. Man merkt ja auch selber, dass man Gewissensbisse hat, weil man wie mit der Prügelei und hat ja jeder so seine Geschichten. Ja, oder all das, was man irgendwie verheimlicht hat oder worüber man gelogen hat. Also ich merke schon, dass mich das früher sehr belastet hat, dass es da Sachen gab, die ich eben nicht offen gesagt habe oder wo ich nicht offen mit umgegangen bin. Und da bin ich sehr froh, dass es diese Last jetzt einfach nicht mehr gibt. Also das hat bei mir schon enorm viel weggenommen. Und das, was du sagst, was ganz interessant ist, ich weiß nicht, ob du das bestätigst, als ich das getan habe, habe ich festgestellt, dass die Last in deinem Kopf größer ist, als das, wie es der andere sieht. Die allermeisten Menschen haben gesagt, ach was, Quatsch, das haben die gar nicht mehr so schlimm in Erinnerung oder schon vergessen oder schon längst verziehen oder sowas. Aber du für dich, das ist so wichtig. Also das kann ich absolut bestätigen. Deswegen würde ich das auch jedem raten, das zu tun. Auch übrigens, auch ein Thema finde ich bei Depressionen wichtig. Es gibt ja auch so dieses, hat mal jemand gesagt, in so einem Fünf-Punkte-Plan, ich weiß nicht, wer das war, wenn du das merkst, dass du auch, vielleicht streitst, das sind auch sinnlose Sachen oder Leute, bei denen du dich immer melden wolltest, du nimmst das Telefon in die Hand, rufst die Leute einfach an, sag denen danke, dass es dich gibt oder ich wollte ihnen nochmal sagen, danke oder es tut mir leid, letzte Woche. Das hilft so viel. Ja, voll. Kann man auf alles übertragen. Würdest du sagen, dass du dir selbst verziehen hast? Ja, es gab, also insgesamt ja, es gab einen Punkt, das war in meiner damaligen Beziehung, weil, da habe ich mir schwere Vorwürfe einfach gemacht und auch in Situationen, wo man gar nicht mehr man selbst war, der andere versucht, aus der Verzweiflung einen wegzuhalten. Ich kam nicht an Situationen, die dann vorm Kühlschrank, du nimmst jetzt nichts und man drückt den anderen weg und sowas und Lügen und so. Das hat mir lang zu schaffen gemacht. Da brauchte ich auch quasi die aktive, ist das in Ordnung? Ich habe die verziehen, das ist schwierig. Viele, und da differenziere ich, verstehen nicht den Unterschied zwischen sich entschuldigen und um Verzeihung bitten. Es gibt Situationen, und da kannst du nur um Verzeihung bitten. Es liegt aber nicht in deiner Hand. Und das war ein Punkt gewesen, da bin ich auch sehr froh und da konnte ich den Frieden auch mit mir machen. Aber kennst du das? Man fühlt sich dann auch, also ich habe dann auch irgendwie mich so ein bisschen verpflichtet dazu gefühlt, nenn es, wie du das möchtest, ob das die Vernunft ist, ob das Karma ist, ob das dein Seelenfrieden ist, was zurückzugeben, auch so in deinem Umfeld vielleicht. Ich weiß nicht, spielt das vielleicht auch eine Rolle, dieser Punkt, wenn dich jemand um Hilfe fragt, weil du vielleicht in Situationen früher unzuverlässig warst oder anders reagiert hast oder sowas? Also unzuverlässig war ich glaube ich tatsächlich nie. Klar habe ich anders reagiert unter Alkoholeinfluss, als jetzt ich das sollte. Aber ich glaube nicht, nee, ich würde nicht sagen, dass es da mit rein spielt. Nee. Guck mal bitte, dass dein Mikrofon nicht an deinem... Ah, okay. ...leichtchen. Weil das... Entweder drückst du weg oder machst die Klammer nochmal auf und schiebst das einfach so ein bisschen nach oben. Mach du doch immer. Gerne. Oh, sorry. Soll ich es nochmal an? Ja, perfekt. Aber man hat immer so ein bisschen Knacken gelernt und ich glaube, das wäre... Das würde mich im Nachhinein hätte ich gekotzt, wenn ich das irgendwie hätte rausmachen. Okay. Okay. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Mein Name ist Jana Brosi, ich bin Schauspielerin. Gleiches, danke. Okay. Gut. Ein Punkt, wo wir beide, als wir in Social Media geschrieben haben und angefangen haben zu überlegen, lass uns doch mal ein Video zusammen machen, das war ja schon ein bisschen länger. Und dann haben wir überlegt, ich bin ja eher so der spontane Typ, ich merke jetzt aber, dass du auch sehr schlussend bist, aber trotzdem überlegt man ja, was kann konzeptionell oder thematisch Sinn machen oder was hat man selber schon gemacht oder was kann... Es gibt ja Settings, die dann nur vielleicht in der Situation irgendwie passen, weil wir beide miteinander reden. Also was könnte dieser Mehrwert dann sein? da ist das, da haben wir uns überlegt, da ist als mögliches Thema auch gefallen, Alkoholismus oder Sucht, oder sagen wir Alkoholismus oder Alkoholkonsum bei Mann und Frau und die Unterschiede. Und ich habe überlegt, ich habe gesagt, wir machen das, ich habe überlegt, da haben wir auch gerade darüber schon gesprochen, was für Unterschiede würden wir oder was für Unterschiede sehen wir quasi, auch bezüglich, ich sehe das auch immer in Richtung Abhängigkeit. Und da haben wir auch gerade schon geredet, das ist sehr viel, denke ich, die Unterschiede, wie man eine trinken darf, oder ich sage es mal anders, glaubst du, weil du als Frau kannst das natürlich besser beurteilen, glaubst du, dass man generell als Frau, die trinkt, die auch missbräuchlich trinkt, anders angeschaut wird, wie ein Mann, der missbräuchlich trinkt? Ja, würde ich schon sagen. Also, wie wir es ja vorhin auch schon hatten, eben dieses, bei Männern ist es oft das Genie, das jetzt es nicht aushält, sein tiefes Wesen so zu erfahren oder so, oder auch der Künstler, der dann da einfach trinken muss, um kreativ zu sein oder was auch immer. Und bei Frauen ist es einfach mehr, dass sie ihre Pflicht nicht erfüllen. Ja, also, ob es jetzt ihre Pflicht einem Kind gegenüber ist oder die Pflicht der Familie gegenüber oder selbst die Pflicht der Gesellschaft gegenüber, wenn sie jetzt keine Familie hätten oder so, dass sie das nicht erfüllen. Und wenn sie dann schon trinken, dann sollten sie lieber heimlich irgendwie, ich weiß nicht, wie die früher alle hießen, früher gab es ja echt so für Frauen extra beworbene Schnäpschen, die sie dann daheim Küchengeist, nee, ich weiß es nicht mehr, aber da gab es eben so extra Schnäpschen und die sollten sie dann halt heimlich irgendwie daheim trinken oder dann mal schnell in den Tier geschüttet. Aber bei Männern, ja, die gehen dann auf ihr Feierabend Bier oder die gehen dann in die Kegel runter und trinken und so. Und es ist auch spannend, finde ich, von der Materie her, Materie ist das falsche Wort, aber Frauen, die sollen auch eher so das elegante Säckchen trinken, genau sowas in die Richtung und Männer dann halt schön und es hatte Bier und dann ein Schnaps hinterher und so. Also das finde ich auch spannend, dass da auch so ein Unterschied bei denen gemacht wird. Weil du es gerade sagst, hast du hast du irgendwann, also oder was hast du denn getrunken? Ich habe hauptsächlich Bier getrunken, auch mal Wein, in der frühen Jugend auch sowas, so Mischgetränke, Wodka, oh etc., aber dann später eigentlich nur noch Bier oder Wein. Hast du schon mal erlebt, dass irgendjemand dir gegenüber als Frau gesagt hat, ich kannte das tatsächlich, ich habe Frauen kennengelernt, die haben gesagt, sie finden das asozial, wenn eine Frau Bier trinkt. Kennst du das? Ja, ich habe das aber auch tatsächlich extra, weil ich hatte so diese Phase, wollte cool und angenommen sein und dann, ja weiß ich nicht, dann ziehst du da die Rockersachen an und dann rauchst du irgendwie und dann trinkst du halt auch Bier, weil Bier ist ja männlicher, ja und wenn du cool bist, dann kannst du da deine drei, vier, fünf, sechs Bier trinken und dann trinkst du die Typen und dann an den Tisch und der Sekt schmeckt mir nicht, das ist mir zu süß und bla bla bla. Also ich habe das schon auch absichtlich gemacht. Also du hast das Klischee genutzt, um dich in deinem Bild, klar, also um ein Bild von dir zu zeigen, dass du das nicht bist, zu landen. Genau. Ja, das ist ganz interessant. Ich kann das natürlich als Mann, deswegen habe ich dir aufmerksam zugehört, nicht so, also ich kenne das Prinzip, aber ich kann das natürlich nicht beurteilen, wie sich das anfühlt oder ob man tatsächlich so oft konfrontiert wird mit diesem Klischee. Und übrigens habe ich den Eindruck, bitte korrigiere mich, dass dieses Klischee, diese Konfrontation auch eher von Frauen an Frauen und gar nicht so von Männern kommt, oder? Würdest du das nicht bestätigen? Dieses, eine Frau trinkt doch kein Bier. Ja, weil Männer finden das dann cool, wenn eine Frau Bier trinkt. Also, das ist schon eher von den Frauen her. Ist schwierig, aber du hast einen guten Punkt gesagt, das sehe ich absolut genauso. Es ist wie vorhin, wo wir das gesellschaftliche hatten, das finde ich da genauso. Du hast halt Jesus Genie, Musiker, alles was wir hatten, vorhin habe ich Vincent van Gogh auch gesagt in der Pause, da habe ich letztens eine Doku gesehen über dem, wo auch massives Alkoholproblem, aber das wird, das hat halt immer, es wird natürlich nicht pathologisch oder so aufgearbeitet, sondern wir verbinden diese Genies, das ist so den ihr Elixier gewesen. Es gibt auch Leute, die heute noch wirklich so argumentieren, die sagen, ja, der und der hat auch auf Alkohol und sowas. Der hat trotz Alkohol das alles erschaffen. Richtig. Das ist der Punkt. Und selbst wenn du, und du kannst ja nie den Vergleich bringen, wenn in dieser Moment nüchtern gewesen wäre, oder ob anders gewesen wäre. Vielleicht hätte es ihn zehnmal mehr gegeben, wenn ich getrunken hätte. Weiß man nicht. Ist schwierig, ja. Aber würdest du auch sagen, dass es in der Nüchternheit eine andere Wahrnehmung der Gesellschaft gibt, einen Mann, der jetzt nüchtern geworden ist, und eine Frau, die nüchtern geworden ist? Ich weiß, was du meinst. Also quasi, du schaust auf einen süchtigen Menschen oder auf einen trockenen Menschen, dann kann ich wirklich schwer beantworten, muss ich sagen. auch da glaube ich, dass der Mann eher in dieses Stereotypenbild fällt, irgendwie, und man auch Alkoholiker, also man, man stellt sich auch mehr so eine Männerrunde vor, und auch in Selbsthilfegruppen stellt man sich das eher so vor. Ich habe auch, aber vielleicht täusche ich mich, da auch eher den Eindruck, dass man Alkoholismus mehr als Männerproblem sieht, generell. Ich habe damals, als Jenny Elvers, als das Jenny Elvers passiert ist, kennst du bestimmt, man erwartet das bei Frauen nicht so. Irgendwie. Also man vermutet, ich meine, dass da auch in der Branche, das hast du auch in der Doku erzählt, viel getrunken wird, okay, das überrascht mich alles nicht, aber dieses Suchtproblem, das schreibst du Frauen nicht so zu, man vermutet das. Ich glaube, da wird vielleicht auch gar nicht so geguckt. Irgendwie. Ja, weil aber auch Männer häufiger öffentlich trinken und Frauen halt eher geheim. Oder dann maximal noch irgendwie in der Vierer-Mädels-Gruppe. Aber dann ist es ja auch schon wieder, ja, dann gibt es das Säckchen, das gehört dann schon wieder so dazu. Aber die Männer, die trinken dann mehr öffentlich und die trinken dann auch sehr, sehr viel öffentlich. Da ist es eher erlaubt. Und bei einer Frau ist es, wenn ein Mann sich extrem betrunken hat, dann ja, hat er halt so viel getrunken so. Aber wenn eine Frau sich extrem betrinkt, dann ist sie peinlich. Dann ist sie irgendwie, dann lässt sie sich zum Opfer machen für sexuelle Qualität oder sowas. Aber vor allem so dieses, dann bei der Frau ist es peinlich und bei dem Mann ist es dann, ich weiß nicht, aber irgendwie. Ja, das stimmt schon. Also da gebe ich dir absolut recht. Das sind viel Stereotypen, viel Klischee-Denken, was in uns verankert ist. Da ist auch noch eine primitive Ebene, die dann doch halt irgendwo funktioniert. Und ich will mich da auch gar nicht freisprechen von jeder irgendwie. Also man muss sich da selber irgendwie auch dabei, ich ertappe mich selber auch dabei in so Situationen, wo ich intuitiv, gar nicht bösartig, aber intuitiv irgendwie in solche Fallen tappe. Das stimmt absolut. Das hat auch natürlich viel geschichtlich damit zu tun. Auch allgemein das Bild der Frau in der Gesellschaft, muss man sagen. Das hat auch was damit zu tun. Auch da emanzipiert man sich wahrscheinlich immer noch sozusagen, bis das irgendwann mal gleich gesehen wird oder anders gesehen wird oder wie auch immer. Aber du hast auch wieder einen guten Punkt gesagt, der mir dann spontan eingefallen ist. Das ist doch das Normalste der Welt. Ich brauchte gar nicht, wenn ich samstags, Beispiel, oder ist egal, aber meistens samstags, ich lief Bundesliga und du hast mich um 15 Uhr besucht oder um 14.30 Uhr und da stand ein Bier auf dem Tisch, 0,5 Uhr und Fußball lief oder gleich, dann wäre es wahrscheinlich eher gefragt worden, wenn ich das nicht getrunken habe, kein Bier daheim, soll ich noch welches holen? Okay, das ist dann ja veranstaltungsgebunden so ein bisschen, aber da siehst du ja schon, wie unsere Erwartungen als Menschen, welche Bilder wir sehen. Und wenn ich dich besucht hätte, samstags um 15 Uhr, nur als Beispiel jetzt, du hättest da mal im Sekt gesessen und egal was jetzt im Fernsehen, es gibt Dinge, die verbinden wir Menschen einfach und das verbinden wir mehr mit Männern. und dieses Bild, was ich da gesehen hätte, hätte eher dazu geführt, dass es Fragen bei mir aufgeworfen hat oder dass es komisch für mich auch gesehen hat. Ja. Das hat viel damit zu tun, also wieder mit der gesellschaftlichen Sicht. Ja, total. Das Ganze. Ja, was sagst du denn? Du hast jetzt aufgehört zu trinken. Glaubst du, dass du als Frau oder hast du das Gefühl oder hast du irgendein Erlebnis gehabt, wo du sagst, hast du gespürt, dass da differenziert wird wegen des Geschlechts oder sind Leute mehr überrascht, weil du eine Frau bist und dann das erzählst? Also ich glaube, ich selber habe die Erfahrung jetzt nicht so stark gemacht, aber ich habe das im, sag ich mal, Sobriety-Umfeld schon auch viel mitbekommen. Und ich meine, bei mir ist halt generell das Problem, dass die Leute, dass mein Umfeld das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte oder überhaupt nicht, also die waren alle komplett überrascht, dass ich meinen Umgang mit Alkohol problematisch empfunden habe, auch weil dieser Umgang ja in meinem Umfeld der normale Umgang war. Und von daher, ja, würde ich nicht sagen, dass das, du hast komplett den Faden verloren. Du meinst, das war kein Geschlechterling gewesen? Ja, nee. Du hast nie das Gefühl gehabt, dass du nur aufgrund deines Geschlechts jetzt gekommen bist, also dass das überraschend, aber dann eine Frau bist? Unterschwellig, unterschwellig habe ich schon das Gefühl, dass das öfter mal da mit rein, aber ich kann natürlich auch schlecht vergleichen, weil ich habe jetzt nicht meinen Bruder, der ebenfalls irgendwie auf Geld hat und so. Ja, es ist halt schwierig, weil es rein hypothetisch ist das Ganze. Rein hypothetisch bestimmt, ja. Aber es wäre auf jeden Fall irgendwie mal spannend, falls es da irgendwie mal Studien oder sowas dazu gibt. Da sind wir wieder beim Thema. Wer hat Interesse daran? Oder kein Interesse daran? Genau. Aber wir werden da bestimmt, ich glaube, wir als Gesellschaft, wir sind eine Generation, die nächste Generation, wird nochmal aufgeräumter. Ja. Du musst gerade denken, du magst ja, Social Media, gewisse Sachen nicht, aber ich sage mal, es ist ja ein Werkzeug. Ja. Also das kommt ja darauf an, es gibt immer so eine blöde Metapher, ein Werkzeug, es wird mal ein Versicherungskaufmann, ich halte gar nichts davon, aber mal gesagt, es ist wie ein Messer. Du kannst mit deinem Brot schmieren, du kannst mit einem erstechen. Das ist jetzt voll Platz gesprochen, aber es ist ja auch ein Werkzeug und auch das wird ja viel benutzt, damit die Leute hinterfragen viel mehr, können sich selber austauschen und sowas. Das ist auch bei diesen Themen und die nächsten Generationen, die aufwechsen, die werden viel aufgeräumter mit diesen Themen, sage ich mir absolut sicher. Denke ich auch. Und dass wir da jetzt auch Vorarbeit und jede Generation für sich diese Arbeit leistet, finde ich unheimlich wichtig. Und ich finde, wir sind auch schon wesentlich weiter als jetzt die Generation unserer Eltern oder Großeltern, was Alkoholkonsum, also gut, ich lebe jetzt auch in so einer Sobriety-Bubble, aber ich denke, wir sind da auf jeden Fall auf einem guten Weg. Also ich kann das auch, also guck mal, ich komme ja aus, das wissen auch die Leute, ich bin in Polen geboren und so und da ist ja, es wird ja eben Ostländern nachgesagt mit dem Alkoholkonsum, brauche ich ja nichts zu erklären, weiß jeder. Und da scheitert es schon daran, dass Leute sagen, was, Drogen? Nein, ich trinke Alkohol. Ja, Drogen, er nimmt Drogen, aber ich mache jetzt diesen Akzent auch noch so nach. Also, an den Basics scheitert das schon, oder? Redest du mit den Leuten gar nicht drüber, weil du musst da wirklich bei Adam und Eva anfangen und kommst nicht viel weiter als Adam und Eva. Obwohl wir auch nicht so viel weiter sind. Bei uns sagen sie auch, sie nehmen keine Drogen, aber sie trinken Alkohol. Das stimmt, aber da sehe ich wenigstens noch das Potenzial, wenn man jemanden trifft, der vielleicht ein bisschen bereit ist dazu, da könntest du vielleicht noch eine andere Sicht, machen wir ja auch, und dass Leute dann auch wirklich sagen, hey, stimmt, du hast eigentlich recht, das ist eigentlich kein großer Unterschied, aber es gibt Leute, die sind so geprägt, da erreichst du auch nichts mehr, muss man sagen. Gut, aber im Endeffekt geht es auch gar nicht darum, es geht ja um Hilfe, Leuten Hilfe anzubieten, und es wird eine Eigendynamik bekommen, das Ganze. Weil je mehr das tun, wird sich die Gesellschaft auch ändern, und es bleibt das zu hoffen, dass das so ist. Okay, jetzt überlege ich gerade, wir haben mich noch gesprochen, das ist immer so, wenn man in Pausen spricht, da geht der eine auf Toilette, der andere ist eine Banane, und dann hat man dann so viele Sachen, wo man dann kurz irgendwie... Da wollen wir uns drüber sprechen, ja, genau. deswegen überlege ich gerade, das war das Männer- und das Frauen-Ding gewesen, das war das eine gewesen, Social Media, die ja... Und den Hate-Kommentaren, genau. Genau, genau, ich überlege gerade. Deine Geschichte, da sind wir auch schon so ein bisschen durchgegangen, die Punkte, die mich sehr interessiert haben, Burnout hat mich sehr interessiert, das war ein wichtiger Punkt gewesen. Achso, genau, jetzt habe ich es, Social Media, genau, das war nämlich ein Punkt, das eine war es ja Hate-Kommentare, haben wir gesprochen. Als dein Umfeld deinen Kanal gesehen hat, gefunden hat, sich das angeschaut hat, Familie, Umfeld, Freunde, wie auch immer, wie haben die reagiert und hat es bei denen irgendwas bewirkt, vielleicht sogar? Also reagiert haben sie meistens sehr, sehr überrascht, weil ich aufgehört habe, aber jetzt nicht so exzessiv darüber gesprochen habe, warum ich aufhöre, sondern das eigentlich tatsächlich erst, so durch den Podcast und den Channel wirklich rauskam bei den meisten und mein Umfeld da eben das nicht auf dem, also ja, wie vorhin schon erwähnt, einfach nicht auf dem Schirm hat und nicht gedacht hat, dass ich das problematisch empfinde in meinem Konsum oder wie es mir generell ging, also ich bin ein Mensch, der nicht so viel über sich redet, das muss ich erst noch lernen und da haben die das, wussten die das nicht so und verändert, also tatsächlich mein bester Freund hat sich dem Podcast angehört und war war sehr, einerseits sehr schockiert und andererseits auch sehr berührt davon und hat dann auch lange seinen Alkoholkonsum reflektiert und verändert, aber ansonsten hat es, glaube ich, in meinem Umfeld sehr wenig verändert, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich versuche, da nicht so exzessiv darüber zu reden, außer man spricht das Thema von sich aus an, weil ich weiß, wie diffizil das ist und dass Menschen, vor allem bei Alkohol, als auch bei ein, zwei anderen Themen, da, ja, sich schwer tun, da offen irgendwie drüber zu reden, ohne das gleich als Angriff zu sehen und deswegen, voll, voll, ich verstehe dich vollkommen, ich habe sogar, ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast, ich habe sogar auch schon Erlebnisse gehabt, wo Leute angefangen haben, umgefragt, ihren Alkoholkonsum von mir zu rechtfertigen. Das machen sie immer. Immer, wenn ich sage, dass ich entweder meinen Channel habe oder keinen Alkohol trinke, ich habe noch nie jemanden gefragt, wie viel er selbst trinkt, noch nie. Und jedes Mal sagen die mir genau, wie viel sie trinken, wann sie trinken, in welchen Situationen und die haben nur den besten Beinen und das ist, das ist wirklich verrückt. Ich kann mich erinnern, das ist schon ein bisschen länger her, da gab es meinen Channel noch nicht, aber da habe ich schon, also ich trinke nicht und sowas halt alles und dann sind wir, Fußball, ich bin, Auswärtsfahrt, wir sind da glaube ich, auswärts Fußball gefahren. So, ich war Fahrer gewesen und die Jungs und das ist auch eine coole Truppe, die mag ich ja auch. Auch wenn die betrunken, also das ist gar kein Problem, so lustig. Und ich kaufe sogar für die den Bierkasten, wir fahren mit meinem Auto da rein, die können sich bedienen, trinken, alles kein Problem. So, und Entschuldigung. Auf der Rückfahrt hat das dann angefangen, als der Pegel auch schon höher war, ja, eigentlich trinke ich nicht so viel, so, das war es auch nur am Wochenende, so. Ich bin aber, ich habe nie, ich finde sogar, das hat, ich will nicht sagen, die Stimmung kaputt gemacht, so, aber vielleicht hat man das, also ich weiß nicht, wie ich sagen soll, nicht von mir erwartet, so, aber, ja, ich wäre, wenn, dann wäre ich, so, der, der das vielleicht, anfängt, das Thema oder so, aber die Stimmung wurde dadurch getrübt, dass die Leute dann anfangen, sich bei mir zu rechtfertigen, weil ich weiß nicht, wieso, dass du es, weil du ihnen den Spiegel vorhältst, weil du, jeder weiß innerlich, dass Alkohol nicht gut tut und sie merken es ja auch, wenn sie ihn konsumieren und alles und du hältst ihnen dadurch, dass du nicht trinkst, den Spiegel vor, dass es geht, dass man auch einfach nicht trinken kann, dass man Spaß haben kann, wenn man nicht trinkt, dass das Leben geil ist, wenn man nicht trinkt und das wollen sie halt nicht sehen. Die Stimme aus dem Off, vielleicht wollen sie auch von euch hören, dass sie kein Problem haben, wenn ich dir sage, ich trink's nur um so viel, ja, ist alles noch in Ordnung, mach dir keinen Kopf. Ja, das stimmt, Stimme, mach mal so auf. Aber du kannst den Leuten, das Problem ist, das Problem ist, du kannst den Leuten nicht in den Kopf schauen, es gibt Leute, also jeder hat da sein eigenes Motiv. Einmal Spiegel vorhalten, bestimmt eine Sache, vielleicht auch hören, ja, das, was du mir beschreibst, ist normal und ist problematisch, also Legitimation oder vielleicht auch insgeheim hoffen, dass du sagst, ey, das, was du trinkst, da hab ich viel mehr getrunken, du brauchst keine Sorgen zu machen. Vielleicht ist es auch das, ich weiß es nicht, du kannst die Leute ja nicht, man weiß es nicht. Also es ist schwierig, ja. Aber darauf gekommen sind wir, Social Media, also YouTube-Kanal, Umfeld und so, aber ich kenn das auch, was du sagst, mit dem, ich versuch, privat überhaupt nicht dieses Thema, ich sprech das von mir aus nicht an, ich will es keinem aufdrängen, ich will auch überhaupt nicht, das ist so meine Angst von mir, als der bessere, nüchterne, mit dem Moralaposten, will ich nicht so. Also ich seh mich da als Anlaufstelle für Leute, die auch privat mit mir darüber quatschen wollen, sehr gerne, aber ich dräng mich da nicht auf. Ja, aber wie ist das denn bei dir eigentlich, wenn Leute in deinem Umfeld Alkohol trinken, wie gehst du damit um? und so? Ja, ich weiß nicht, es hängt wirklich, also generell, das missinterpretieren viele, das weißt du bestimmt bestätigen, geht es gar nicht um den Betrung, also es geht nicht darum, um die Tatsache, dass ich die Alkoholflasche sehe und das konsumiert wird, das stört mich nicht, es triggert auch nichts in mir, es ist auch nichts, es ist keine Situation, die ich verwerflich werte, es ist der Mensch, der gerade vor mir sitzt und wie er dann wird und es gibt Menschen und so, also ich sage auch in einem Video so, ich beurteile betrunkene Menschen, ich finde, das ist ein fairer Deal, ich beurteile betrunkene Menschen sowie nüchternere Menschen. Wenn du jetzt anfängst, mit mir komisch zu reden, so, aber der Betrunkene, habe ich selber auch gemacht, hat immer die Ausrede zu sagen, ich bin ja betrunken, so, aber ich gebe ihm diese Hintertür nicht. Ethisch, moralisch, also wenn, dann reden wir jetzt hier auf Augen, dann lass uns bitte gleiches mit, also, dann lass uns bitte mit einem Maßstab messen. Ja. So, du hast dich entschieden, dich entschieden zu trinken. Es ist okay, es ist deine Entscheidung. Ich finde es nicht verwerflich, aber du musst für dein Verhalten die Verantwortung tragen. Und du weißt genau, wie du wirst, wenn du Alkohol trinkst. Genau. Also hast du dich vorher auch entschieden, so zu werden. Ey, ja, na, danke, Amen, dein Wort. Das ist genau das, weil, jeder kommt, hat schon mal eine Eskapade gehabt oder so, aber wenn du ein Muster bei dir erkennst, wenn du weißt, du bist immer aggressiv, wenn du getrunken hast, du prügelst dich ständig, du, dann nimmst du es in meinen Augen billig in Kauf, so, und das, diese Verantwortung musst du tragen. Und wenn du dann sagst, ja, weil ich getrunken habe und das erzählst du aber schon seit Jahren, so, darauf habe ich keinen Bock. Und dann finde ich es super billig, dann zu sagen, ja, der Marius hatte halt ein Problem, weil die mit Alkohol getrunken, du kennst den ja so. Die stehen sich dann so billig aus der Affäre, kostet mich an sowas. Aber gut, die wissen das vielleicht insgeheim selber, als auch Selbstschützern. Deswegen, diese Differenzierung finde ich sehr wichtig. Es ist nicht die Tatsache, dass Alkohol, wie willst du denn aus dem Weg gehen? Wir leben doch so, du kannst ja nicht aus dem Weg gehen. Aber es ist die Differenzierung, wie wird der Mensch? Und so beurteile ich das auch. Und das kann ganz unterschiedlich ausfallen. Aber wie ist es denn bei dir? Also ich meine, du bist noch mit, du erlebst betrunken, bist auch feiert unterwegs. Ja, ich meine, das ist eben seine eigene Entscheidung und ich würde da auch niemals jemanden reinreden. Aber ich merke halt, dass es bis zu einem gewissen Punkt geht. Dann verändern sich die Menschen, dann ziehen die Gespräche immer so eine Schleife, werden uninteressant oder die Leute leihen und talken rum. Und dann sage ich so, okay, ich gehe jetzt heim, schlafe wahrscheinlich, weil ich müde bin oder mache mir sonst wie noch einen schönen Abend, aber das muss ich mir nicht geben. Ich verpasse nämlich nichts. Aber an einem bestimmten Punkt merkst du, dass es dir nicht mehr gut tut quasi. Ja, und dann ziehe ich mich da zurück. Also natürlich sehe ich es irgendwie lieber, wenn ich mit meinen Freunden was mache und sie trinken nichts, weil sie dann einfach so sind, wie ich meine Freunde liebe und nicht mit dem Alkohol, wie sie sich verändern. Und jeder Mensch verändert sich mit Alkohol. Das ist einfach so. Absolut. Aber wie gesagt, ich kann es denen natürlich nicht vorschreiben und dann muss ich halt die Konsequenz für mich einfach ziehen und dann gehe ich halt meistens früher. Ja, richtig. Und das ist interessant für mich, ich stelle mir in den Momenten, stellst du dir manchmal die Frage, denn in den Momenten wird das passiert, wie hat mir das früher Spaß gemacht? Ja. Kannst du das? Ja, total. Aber gut, ich meine, früher war man ja dann auch betrunken. Also dann ist das was anderes. Die Antwort liegt schon auf der Hand irgendwie, aber du siehst es dann ja mal nüchtern von außen. Also du siehst deine Vergangenheit in dem Moment nüchtern von außen. Und das zeigt dir halt auch so ein bisschen. Das zeigt mir, also ich habe dann aber auch mal so ganz starkes Mitleid mit mir, weil ich mir denke, wie krass habe ich mich früher selbst gehasst, dass ich das auf mich genommen habe, dass ich dieses ganze Leid, was Alkohol hervorruft, egal ob während des Konsums oder danach, so, dass ich das auf mich genommen habe. Für was? Für vermeintlich mehr Spaß, als der aber gar nicht mehr Spaß war. So, ich habe viel lustiger Abende, jetzt wo ich nüchtern bin, viel tiefsinnigere Gespräche und sonstige Sachen. Also das ist... Genau, und wahrscheinlich, also mir geht das so, weil du es gerade sagst, weißt du auch das viel mehr zu schätzen jetzt. Ja, total. Also diese, auch Gespräche, die wir jetzt führen oder sowas. Ne? Ja. Ich wette, das ist mal sehr Thesen, kannst du mal gucken, ob du die bestätigst. Aber so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, auch mit Burnout und was du da alles erzählt hast, ich schätze dich so ein, du bist ein Mensch, du brauchst doch viel Input. Mhm. Also auch in der sozialen Interaktion. Ja. Also bei mir ist das so, ich will mich streng, sag mal, ich glaube das bei dir so ist, also soziale Interaktion, wir treffen uns jetzt, wir unterhalten uns jetzt die zwei Stunden und alles bleibt seicht. Verstehst du, also es wird vom Wetter über die Daily Soap von gestern, über den neuen Schuh von Nike, über, was weiß ich, dass die Bayern 5 Euro verloren haben, aber alles bleibt seicht, zu jeder Zeit. Das strengt mich an einem gewissen Punkt an. Kennst du das? Ja, ich kann das überhaupt nicht abhaben. Also ich hasse Smalltalk auch einfach. Das stresst zwar Leute, wenn sie mich kennenlernen, weil ich halt immer gleich schon voll in die Diepen gehe, aber es ist halt, es interessiert mich halt einfach nicht. Und dieser Smalltalk ist so. Du bist aber da auch so veranlagt, dich in ein Thema reinzunörden. Nö, nö, nö. Das ist krass. Ich habe das bei Musik zum Beispiel, so letztens auch, also ja, da gibt es so Sachen, aber je deep, also je tiefer du in so ein Thema wie man dann drum bist und mit weniger Leuten kannst du darüber sprechen. Und ich habe dann auch über so wenig darüber sprechen und das ist oft das Gefühl, ey, die interessiert doch wahrscheinlich wieder keiner, da stinkt die keiner oder so. Das ist schwierig dann. Ja. Aber wenn du so Menschen hast, also mein Bruder ist zum Beispiel so jemand, das weiß dann richtig zu schätzen. und das aber nach dem Alkohol habe ich viel mehr zu schätzen gewusst. Diese Abende, so wie oft habe ich, meinem Junggesellenabschied war das gewesen, da habe ich mit meinem Bruder bis um drei Uhr nachts auf dem Balkon gehockt und wir haben nur so, wie redet, stundenlang und wir hätten auch weiterreden können. Ja. Das ist eine ganz andere Qualität, als wenn wir jetzt getrunken hätten und die ganze Zeit totgelacht hätten über so seichte Kacke. Oder dann selbst mit der zerflossen und sein Leben wieder diese ganzen pessimistischen Sachen reflektieren und so. Das war bei mir auch immer ganz häufig. Ja, das finde ich auch interessant. Warst du ein Mensch, hattest du ein Rauschmuster? Also im Sinne von, dass du immer, dass du wusstest, erkennen kannst du? Also ich wurde, also so der erste Schluck war dann diese Entspannung und dann wurde ich offener. Dann mit jedem mehr, was ich getrunken habe, wurde ich immer mehr im Mittelpunkt der Party. Dann kam der Moment, wo ich horny wurde. Da habe ich dann meistens versucht, mir irgendeinen aufzureißen, bis ich mir aber die Typen aufgerissen habe, weil die wollten ja dann immer ewig reden und einem was ausgeben und so. Da war ich dann schon lang nicht mehr in der Horne-Situation. Ach, das ging vorbei, dann? Genau, das ging meistens schon, also weil die einfach, die haben so ewig gebraucht. Man konnte ja weniger sagen, wie sieht es aus, ist lustig. Sondern du musst es ewig reden und so und ich wollte ja nicht die kennenlernen oder so und ich wollte einfach nur, aber... Es gab aber Frauen, die haben das direkt gesagt. Also habe ich auch kennengelernt. Ich habe es so oft probiert, ich habe so oft Gespräche mit Männern, wo ich sage, ich habe das so oft probiert und alle sagen, ja, wenn du bei mir gewesen wärst, aber... Hast du das auch mal direkt gesagt? Ja! Ja, und dann wo... Echt? Okay. Das war... Ich weiß nicht, ich habe anscheinend... Vielleicht ist es mal ein Männertyp oder so, ich habe keine Ahnung. Okay. Aber jedenfalls, dann war ich auch nicht mehr horny und dann kam so diese melancholisch-depressive Phase, wo ich dann auch eher so Deep Talk mit denen fühlen wollte oder so oder mich halt dann in irgendwelchen... Ja, in Melancholie eigentlich ergangen bin und selbst mit Bad und so. Okay, okay, verstehe. Ja, ist aber interessant, das mal so zu hören. Wie war ich für dir? Viele Parallelen, genau, wollte ich gerade sagen, viele Parallelen auch zum Thema... Ey, zum Thema Horny, ganz kurz muss ich mal... Ich habe ja gestern, habe ich dir erzählt, diese True-Doku habe ich gesehen. Also, das kennt ja jeder und du sagst da so einen geilen Satz, ich habe da mit einem Typen was gehabt, mit denen hat mir gar nicht gefallen. Und das kennt ja jeder vielleicht auch, dass man sich mal jemanden angelacht hat und dann denkt man dann nüchtern so, ach nee, doch nicht und so. Es klingt so ekelhaft, aber es ist ja so. Ja, es ist einfach so. Es ist halt so einfach so. Ich habe dann tatsächlich mal mit einem Arbeitskollegen erzählt, ich habe damals noch aktiv Fußball gespielt, okay, 2006, wir sind mit der Mannschaft, mit der Fußballer, sind wir, es ist immer an der Saisonende, Abschlussfahrt, okay, wir hatten nicht viel Geld, an diesem Jahr sind wir nach Loretta, weiß ich nicht, Doppeldecker Bus, unten, wir als Fußballer, oben Handballerin. Wir dachten, Jackpot. Ich bin übrigens Handballerin. Ehrlich? Aber 2006 warst du nicht in diesem Bus gewesen, oder? Nein. Scheiße. Wir haben gesagt, Jackpot, Alkohol, die sind oben, wir sind unten. Erstmal Anfang der Fahrt, ruhig, ruhig, ein bisschen Musik, die oben auch, einmal hallo, 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 und dann irgendwann natürlich alle betrunken gewesen in dem Bus, hat sich alles getauscht, wie hoch die Runde, so, okay. Irgendwann, ich war total getrunken gewesen. Irgendwann sitzt so eine Handballerin neben mir, und wir haben da rumgeknutscht und sowas, ne? Und die war aber auch stinkbetrunken gewesen. Und dann sind wir so eingepennt, ne? Du fährst ja, ich weiß gar nicht, zwölf Stunden nach Loretta, oder als sie mich lernen. So, wir pennen das, und es klingt jetzt so ekelhaft, ich meine es aber jetzt nicht böse. Und dann fach ich so auf, und du bist ja in diesem Bus gefangen. Und dann dachte ich, scheiße, es ist heiße. Du sahst doch vor zwei Stunden noch anders aus. Oh Gott. Und dann kannst du die, und du willst dich da rausquetschen, was ist die Situation? Was hast du dann gemacht? Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, das ist dann in so, ich glaube, die war dann auch, als die aufgewacht ist, so kaputt gewesen, weil die hat so Karte auch gehabt. Die ist dann, glaube ich, aber, die ist dann wieder hochgegangen, und dann haben wir weiter getrunken. Aber das sind so peinliche, schambehafte Situationen. Das ist mir in den Kopf gekommen, als du das gesagt hast, weil das war so, du warst halt gefangen. Jetzt bin ich voll abgeschweift, das tut mir leid. Aber was ich sagen wollte, dieses Rauschmuster, auch ähnlich, Erleichterung, kein Stress mehr, Alltag egal. Du warst in so einem Modus, du hast dich wohlgefühlt, mit dir wohlgefühlt. Du hast in den Spiegel geguckt, es kam auch so eine Selbstzufriedenheit. Du hast dich im Spiegel, du hast dich auch gemocht. Du hast, es war, guck mal, das habe ich erst hinterher gecheckt, dass ich das mit Alkohol dann hatte, dass ich mich so in den Spiegel geguckt habe und auch sagen konnte, boah, du kinkst jetzt mega, also eingebildet, das meine ich immer gar nicht so, aber dass du dich selber geliebt hast, du mir auch gesagt hast, boah, du siehst gut aus und so, habe ich mir nie gesagt, nie, ich habe mich immer anders gesehen, alle anderen waren besser, waren schöner, waren toller, ich war immer klein und so und mit Alkohol, das war dieser Effekt und so bist du ja zum Feiern, wie du sagst und in dem Modus hast du dann auch gewisse Selbstbewusstsein gehabt und das hat aber sehr oft dann geändert in Streit, Melakonie, Depression und sowas. Später auf jeden Fall, früher war es noch lustig, aber später in der Abhängigkeit ganz oft Depressiv, Vorwürfe, Streit. Ja, diese Dramen, ich hatte so unfassbare Dramen immer. Hast du dich auch mit Frauen geprügelt und sowas? Ne, ich habe mich auch gar nicht so häufig geprügelt. Ich war jetzt nicht richtig prügelt, aber so du, schlappig. Also ich hatte eigentlich immer nur mit Männern dann so Liebestramen und was weiß ich, ich bin auch immer an so ganz fertige Typen eigentlich gekommen, letztendlich, wenn man mal drüber nachdenkt, weil die alle so Probleme hatten und so und das war, zeitweise war das aber auch mein Typ, ich stand zeitweise auch so ein abgefuckt aussehenden Typ Mann, weil weiß ich nicht, der hatte dann Geschichte und dann so, aber... Achso, dann auch wieder so wegen Deep Talk und sowas? Ja, ja, auch einfach, weil ich war halt schon immer sehr reif von meinem Alter und das war vor allem in der Jugend für mich ein Problem, weil ich konnte halt nicht in meinem... Das war natürlich die Verantwortung deiner Mutter halt. Genau. Ja, und ich konnte halt nicht andocken bei den Leuten, die in meinem Alter waren, weil die hatten diese Themen nicht. Für die war ich auch... Ich wurde auch anfangs in der Realschule, wurde ich anfangs gemobbt, weil die mich... Also ich kann es auch verstehen, ich war für die halt einfach, was ist mit der... Irgendwas war mit mir komisch, irgendwas war mit mir anders und das, was Kinder halt machen, Kinder sind dann einfach böse und die haben mich dann halt gemobbt, aber die konnten mit mir nichts anfangen und das war dann später eben auch so. Ich konnte dann immer erst mit älteren Männern, Menschen und meistens waren es halt Männer dann gut reden, weil die halt auf meinem Erfahrungslevel waren, so ein nödes Klingel, oder auf einem Reifelevel so. Und genau. Ist ja auch super verständlich. Ich meine, du hast mit sieben Jahren, oder schon davor eigentlich, mit auf den Weg gegeben bekommen, dass du Verantwortung übernehmen musst. Und das war ja nicht keine Entscheidung, sondern das war ja mehr oder weniger, du musstest es tun. Ich musste es tun, um zu überleben halt. Ja. Das war natürlich eine krasse Prägung. Ja. Klar, und du bist dann sozialtechnisch schon viel früher auf ein ganz anderes Level. Und wahrscheinlich, also nehme ich jetzt einfach mal an, mein Bruder hat da so ein schönes Wort dafür, der nennt es, wenn er, er sagt immer, wenn er in der sozialen Interaktion downgraden muss. Geil. Finde ich ein geiles Wort. Auch das ist so ein bisschen soziale Kompetenz. Aber kennst du das? Wie viel? Wenn du downgraden musst? Total, ja. Du kannst es auch vielleicht gut? Ja, ja, klar. Ich bin, glaube ich, auch sehr anpassungsfähig, was das angeht. Aber es interessiert mich dann halt auch nicht. Und es ist so irgendwie, ja, weiß nicht, vergottet. Es ist manchmal die Mischung, kennst du das, wenn du am Tisch sitzt und die Stimmung ist gerade gehoben, und vielleicht trinken die Leute auch, aber jetzt gar nicht unbedingt auf den Alkohol bezogen, aber dann ist es ja meistens so. Und dann willst du ja an der sozialen Interaktion teilnehmen, aber das Ganze ist ja eigentlich, also ich meine jetzt nicht von wegen, das kann man nicht falsch verstehen, ich bin so intellektuell oder so, ich gehe gar nicht aus dem, aber das gibt dir gar nichts, dieses Gelaber. Es gibt dir halt nichts. Es gibt einem einfach nichts. Es ist für dich eigentlich anstrengend. Aber du willst trotzdem sozial jetzt mal so funktionieren. Ja. Und dann spielst du das Ganze mit. Ja. Und das ist eigentlich... Aber es ist total erschöpfend, wenn man das macht eigentlich. Und das Krasse, danke, dass du das sagst, und das Krasse ist, ich habe manchmal augenscheinlich einen geilen Abend gehabt, alle sagen, wow, war voll lustig gewesen, haben alle gelacht, und du kommst nach Hause. Und ich gehe nach Hause und fühle mich leergesaugt. Ja. Weil ich das teilweise spielen musste. Genau, ja. Ey, danke. Danke, dass es solche Menschen gibt. Ey, wirklich. Und ich kann es aber gut verstehen, es gibt bestimmt andere Menschen, wenn die uns zuhören oder mit meinem Bruder so, mit denen du anders bist, weil es dir das, weil es dir das, was es gibt. Und die hören dir vier Stunden zu. Die gehen vielleicht auch nach Hause und denken sich, boah, ich kann nicht mehr, weißt du? Ja, das kann sein. Also kann ich mir auch gut vorstellen. Boah, ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt dazu gekommen sind, ey. Was haben wir noch auf die Uhr, Patrick? Ich glaube, wir reden schon zwei Stunden mindestens. 19.22 Uhr. Wow. Boah. Also okay, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Wir können wirklich, wir können doch viel weiter sprechen. Hast du, also vorab, bevor ich es wenigstens einmal erwähnt habe, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Ich glaube erst mal nicht. Okay. Das fällt einem dann erst einmal im Nachhinein ein, aber jetzt aktuell nicht. Aber nicht nur thematisch, vielleicht auch. Also das sowieso, Leute, ihr werdet das in der Videobeschreibung finden, alle Links zu Jana, zu Kater, Sucht, Freiheit werden sowieso links. Da sein, werdet ihr alles finden, besucht sie, unterstützt sie, ihr habt ja in unserem Gespräch rausgehört. Wir arbeiten, das ist wünschenswert, immer irgendwie miteinander. Und dafür steht auch dieses Video. Ich glaube natürlich, dass euch das Gespräch gefallen hat. Und dass es doch sehr Spaß hat. Voll, total. Also man muss auch dazu sagen, auch für die Zuschauer, wir kannten uns vorher nicht persönlich, haben uns jetzt kennengelernt, eigentlich in diesem Video. Ich fand es super geil. Ja, ich freue mich sehr, dich kennengelernt zu haben. Ich fand, es war ein mega Gespräch und bin, finde ich es echt schade, dass es jetzt schon um ist eigentlich. Wir haben gerade hier vom Timekeeper. Von diesem scheiß Timekeeper. Von der Stimme aus dem Off. Ja, genau. Haben wir gesagt bekommen, nee, also, da kann ich noch zurückgeben. Danke, dass du, dass du gekommen bist und dass wir das Gespräch geführt haben, dass ich dich kennenlernen durfte. Das ist klasse, wirklich, bleibst du, wie du bist. Und ich denke, das ist nicht das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben. Nein, ich glaube auch nicht. Okay, gut, dann gebe ich dir mal symbolisch die Faust. Vielen Dank. Ich danke dir. Und dann verabschiede ich euch, Leute. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt mit dem Video. Schreibt in die Kommentare. Ob ihr Fragen an Jana habt, ich sende sie ihr dann weiter. Oder ob ihr Fragen an mich, habt ihr das Gespräch, ob ihr noch Wünsche habt, ob ihr Ideen habt, was wir noch machen könnten. Und besucht Jana auf jeden Fall. Alles klar. Okay, Leute, wir sind raus, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Would it be wrong, would it be right, if I took my life tonight, just as I did I'm mine, mutilation I decide, and a conflict later suicide, cause I'm losing my side, losing my mind, wish somebody would tell me I'm fine, losing my side, losing my mind, wish somebody would tell me I'm fine, nothing's alright, nothing's is fine, I'm running and I'm crying, 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 Amen.